Herzlich willkommen, ich freue mich, dass so viele Leute jetzt nach diesem langen Tag noch hier sind zum Abschlusspodium zu dem Panel Digitaler Klassenkampf, die Zukunft des digitalen Kapitalismus und die Perspektive eines neuen Sozialismus. Jetzt muss ich erstmal ein paar kleinere organisatorische Sachen fragen. Erstens mal, hören alle ganz da hinten auch, was hier vorne gerade gesagt wird? Wunderbar, Daumen hoch, sehr gut, Dankeschön. Dann soll ich ansagen, es gibt gleich einen englischsprachigen Beitrag, aber es gibt draußen Übersetzungsequipment. Ihr könnt euch das draußen jetzt noch holen und ihr hört das auf Kanal 1. Genau, auf Kanal 1. Aber haben sich offensichtlich schon alle geholt. Gut, dann brauchen wir gar nicht warten. Gut, ich möchte gerne Birgit Mahnkopf entschuldigen, die jetzt eigentlich auch noch hier gesessen wäre, die aber leider kurzfristig absagen musste. Ansonsten sind aber eigentlich alle da, die vorgesehen waren. Und bevor ich jetzt die Referenten und Referentinnen vorstelle, möchte ich kurz was zu meiner Person sagen. Mein Name ist Sabine Nuss, ich bin die Geschäftsführerin des Karl-Dietz-Verlags. Und da diese Konferenz dieses wunderschöne Motto hat, keine automatische Revolution, wobei das K in Klammern ist, das heißt, man kann auch lesen, eine automatische Revolution, das heißt, ihr könnt euch jetzt aussuchen, welche Deutung euch besser gefällt, möchte ich euch ganz kurz nur anekdotisch sagen, dass ich selber vor 13 Jahren, ist es jetzt schon her, ein Buch veröffentlicht habe, das war meine Dissertation, über freie Software, über Open Source und über den damals noch üblicheren, freien, naja, Floating von Wissen im Internet. Also ihr habt oder viele von euch haben bestimmt auch damals noch Musik aus dem Netz gesaugt, in Hülle und Fülle. Und damals gab es zwei Debattenstränge, die einen haben gesagt, dieses freie Wissen im Internet, was jetzt unkontrolliert fließt, inklusive der freien Software, führt uns möglicherweise automatisch in den Kommunismus oder in eine alternative Produktionsweise. Während die andere eher im Befürchtungsduktus gesagt hat, dieses freiflottierende Wissen, was uns die Digitalisierung gebracht hat, wird das bürgerliche Eigentum untergraben und die Geschäftsgrundlage der großen kreativen Industrien gefährden. Nichts davon ist eingetreten. Die Musikindustrie hat wieder Umsätze und wir alle sind mittlerweile bei iTunes oder bei Spotify und kaufen Musik und Filme, ganz normal sozusagen, das damals noch beklagte Unrechtsbewusstsein ist mittlerweile zu einem Rechtsbewusstsein geworden und das innerhalb von 13 Jahren. Damit möchte ich nur sagen, von digitalisierten Technologien, wie allgemein von Technologien, geht sehr wahrscheinlich automatisch gar nichts aus. Und auch möchte ich darauf hinweisen, dass wir es mit einem Kapitalismus zu tun haben, der sehr hartnäckig ist und sehr schlau und der ständig neue Technologien hervorbringt, die er aber dann auch sofort wieder weiß, einzuhegen. Wir haben es also mit einem starken Gegner zu tun. So, wir werden jetzt so vorgehen, ich werde ganz kurz die Referentinnen und Referenten vorstellen, dann werde ich noch ganz kurz ins Thema einführen und dann beginnen wir mit unserem Gast, der heute aus Italien eingeschaltet wird. Dank der neuen Technologien ist das möglich. Zu meiner Rechten sitzt Bernd Rixinger, ich glaube, den muss ich hier in diesem Kreis gar nicht vorstellen, Vorsitzender der Partei Die Linke. Bernd forderte jüngst in der Stuttgarter Zeitung die Vergesellschaftung der großen Netze, der digitalen Infrastruktur und der Plattform, das heißt ihre Überführung aus der Logik der Profitmaximierung in die öffentliche Hand. Er kritisiert auch, wie sich kapitalistische Lohnarbeit entwickelt hat mittels der Technologien und er möchte dem was entgegensetzen und wird uns auch nachher sagen, was und wir sind schon gespannt. Nina Scholz ist freie Journalistin und Autorin, sie schreibt für verschiedenste Medien, wie zum Beispiel den Freitag, die Taz, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Analyse und Kritik und sie ist zuständig bei Deutschlandfunk für, ich habe es jetzt mal übersetzt, Publikumsentwicklung, das heißt eigentlich Audience Development und publiziert rund um die Themen der Digitalisierung oder eben das, was darunter zu verstehen ist. Nina kritisiert auch ein bisschen diese Begrifflichkeit der Digitalisierung, die da tut, macht und kann und verweist gerne auch auf die soziale Formiertheit der Technologien und ist in diesem Sinne eine dezidierte Kritikerin dieser sozialen Anwendung der Technologien und was dagegen zu setzen wäre, hören wir dann nachher auch von ihr. Evgeni Morozov, der jetzt eingeschaltet ist, ist Autor und Wissenschaftler, er gilt als einer der dezidiertesten Kritiker des sogenannten digitalen Kapitalismus, ähnlich wie Nina kritisiert er so eine Art Technik-Determinismus, der sich oft hinter dieser Rede verbirgt von die Digitalisierung tut, die Digitalisierung macht. Er sagt auch, von Technologien allein heraus entsteht gar nichts, es ist so, dass keine technische Emanzipation möglich ist ohne eine politische Emanzipation und wie genau das aussehen könnte, hören wir dann auch gleich von Evgeni und ich möchte aber ganz kurz etwas vorschicken, worum es jetzt dann im Folgenden genauer gehen wird, wie wir alle wissen oder ich verallgemeine das jetzt mal so, wie ich denke, dass wir alle wissen, hat der Einsatz von neuen Technologien im Kapitalismus in aller Regel nicht die Absicht und das Ziel, die Arbeit zu erleichtern oder sie zu ersetzen, in der Absicht, dass wir uns in die Hängematte legen könnten, was ja schön wäre, sondern die wichtige Motivation ist, unterschiedliche Strategien zur Steigerung des Profits zu finden, mittels dieser Technologien. Dank dieser Motivation oder aufgrund dieser Motivation entstehen in sehr verschiedenen Branchen und Feldern Umwälzungen, revolutionäre Umwälzungen im technologischen Bereich, die sich sehr unterschiedlich auswirken, also auf die Arbeitsverhältnisse zum Beispiel in Form von verbesserter Überwachung, intensivierter Arbeit, neue Arbeitsformen wie Click und Crowdwork und so weiter. Das war alles Thema heute auf der Konferenz und auch gestern Abend nehme ich an. Allerdings sind diese Arbeits- und Lebensverhältnisse, die sich verändern durch die Digitalisierung, nicht das einzige Problem. Vielleicht auch noch größeres oder ein ganz großes Problem sind die ökologischen Auswirkungen, über die in letzter Zeit ein bisschen vermehrter gesprochen wird. Die digitalen Technologien haben überhaupt nicht, wie es mal eine Weile lang hieß, in so einem Modediskurs zu einer Dematerialisierung der Ökonomie geführt. Im Gegenteil, heute ist sogar die Rede davon, dass die digitalisierten Technologien den Klimawandel eher noch beschleunigen werden. Angesichts dessen muss also die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir leben und wie wir wirtschaften, radikal verändert werden. Die Frage ist, ist ein neuer demokratischer und ökologischer Sozialismus, das war jetzt auch Teil dieses Ankündigungstextes für die Veranstaltung, ist das die Antwort und wie könnte der aussehen? So, und genau dazu übergebe ich jetzt das Wort an Yevgeni und hoffe, er hört mich und schießt los. So, heute in diesen Brief introductory remarks, I will try to focus on the connection between digital capitalism, on the one hand, and digitalization, and global capitalism. Still working fine? Yes? Yes. Okay. To be honest, I'm not a very big fan of the term digitization because I think it conceals the fact that so many of the processes that are driving the digital economy do not have a unified coherent logic. So, it is of course true that there is a push to interconnect the world and to get every single person and device online in part because we have all become targets either for online advertising or some kind of data extraction industry. So, all of that is true. But beyond that initial very basic element of getting everybody online, digitization has quite a few logics and not all of them are essentially alike. And this is where I think we have to get to know the enemy, so to say, a little bit better because the logic of big firms like Amazon and Google is not the same as that of venture capital or giant state funds which are now pouring billions into digital startups. And I think unless we understand the differences in those logics, what these different players expect from investing in digital economy, we will not get a good handle on how an effective response that is grounded in values such as solidarity and cooperation can actually be counterposed to that agenda. So, the big tech that we hear so much about in the news and in the media refers primarily, as you will know, to the likes of Amazon and Google and Facebook. I have a little bit of a controversial opinion here because I do think that these companies actually are not the secure and safe monopolies that can rest on their laurels and essentially stay in charge and in power for eternity. I think that in many different areas like, for example, cloud computing or artificial intelligence, there is a little bit or quite a bit actually of competition among them. But that competition, as all capitalist competition, is quite turbulent, unpredictable, irrational and quite often results in destruction of value. So, we shouldn't assume that, for example, a business model such as online advertising would always remain the main kind of foundation of the digital economy solely because the very logic of that competition, which is not just national but also global, because quite often you see these firms now fighting Chinese competitors. So, that logic might actually result in these companies abandoning certain areas and abandoning certain products and embracing others. So, I think we have to be very careful not to apply the toolkit of kind of neoliberal or neoclassical economics with its kind of inability to understand how capitalist competition actually works to this sector. And the fact that these companies compete does not make them any nicer. As I've said, it only makes them far less predictable and potentially more destructive. So, this is point number one. So, you have seen that in action in the last 10 years or so when everybody was 10 years ago, 15 years ago in this field was still selling advertising and was still selling products. You see that in 2019, the most competitive area of the same firms is actually selling services. Right? Which has quite a lot of implications. But the reason why that happened is because, again, the logic of capital and profitability dictates that capital investments go into areas with the highest profitability. Right? And in this case, it's not actually online advertising. It's the provision of services such as cloud computing and artificial intelligence. What this means in practice is that we should expect these companies to integrate themselves even deeper with various institutions of the state to penetrate the welfare system much more thoroughly than they have already done. I mean, to some extent, the United States and the United Kingdom are very good examples of this happening. Of course, we know that the cloud computing system of the Pentagon and the CIA is managed, used to be managed by Amazon. Now, it might go to Microsoft. But even in the United Kingdom, you see companies like DeepMind, which is an affiliate of Google, of Alphabet, integrating themselves now into such key areas such as the provision of healthcare services, for example. So, we have to be on the watch out and on the lookout because these companies can do things which are much worse than from the perspective of solidarity and social justice than selling advertising and selling goods. And I think most of the leftist critique of this industry starts from those two corners, right? It's either grounded in some kind of a critique of consumerism or it's grounded in a critique of manipulation of our mindset by these companies and that they're hijacking our attention. And I think, you know, as true as it is, we have to be able to articulate a very different vocabulary and a very different set of concerns, some of which will, of course, be grounded in labor, which is a traditional kind of foothold, right? Looking at the ways in which companies like Amazon, which is the obvious example, rely on precarious labor to essentially drive down their costs. I mean, all of that, I think, is already more or less well understood by the forces on the left. What I think is far less understood is this entanglement with the state institutions that I have pointed out because ultimately it's through those institutions that this massive capital investments into this services will be recouped. I mean, you have to understand that if you look at top ten technology firms, all of them spend something like ten million, ten billion dollars and some of them spend much more on research and development every year. Right. And vast on capital investment, let's put it that way. And vast amounts of that money goes towards building data centers, investing into artificial intelligence, expanding cloud computing and so forth. And those are not exactly super profitable activities yet as compared to online advertising. So it's obvious that they will be on the lookout for new clients, for new customers. And those customers most likely will come not just from the corporate world, but also from the state. Right. And I think that from the perspective of the neoliberal state, getting these companies to come in and resolve the accumulated problems in sectors like education or security or health care or even immigration, that would be quite a big boom at least to Silicon Valley. So we have to be prepared for that and we have to be able to tackle that. If you will, it's kind of the next frontier of privatization is, of course, the privatization of this digital infrastructure. So digitization is very often just a euphemism for this other project. Second, I would like to highlight that, you know, parallel to this logic and this development of big tech and this Amazon's and Google's and Facebook's of the world. There are also other players which we should not forget about. And, you know, we all, of course, have heard about this giant fund run by a company called SoftBank, right, which essentially is a very good indication. It's a very good case study of global capitalism and crisis. I mean, if you look at the origins of this giant $100 billion fund, right, which is supposed to go and be invested into startups, into all sorts of promising digital platforms, you can see that the reason why they managed to raise so much money are directly linked to the aftermath and the consequences of the financial crisis. On the one hand, it has to do with extremely low interest rates, which allow companies like SoftBank, unlike governments, to borrow immensely. So SoftBank is something like $140 billion in debt, right? And that does not prevent them from going and raising billions to invest into completely ridiculous dog walking companies, which they did. But on the other hand, it's the fact that quite a lot of other capitalists, essentially, you know, people sitting on capital and unable to find productive outlets for it because the interest rate environment has been not particularly receptive to investing in stocks and bonds, on the one hand. And corporate activity does not seem to be particularly reassuring. So a lot of idle money in the global economy, it finds its way to essentially this funds, which then invest into platforms where the idea is that by pouring a lot of cash into each of those platforms, you would be able to destroy all local competition because they would not, they would not be able to sustain. Such losses as you could because you just have billions of dollars to invest and your competitors don't. Right. So this is the story of Uber. This is a story of your work. This is a story of several other companies funded by SoftBank, right, which itself draws its money, not just by the way from the sovereign wealth fund of Saudi Arabia or the Gulf States. It also has a lot of corporate money. So I think actually Daimler gave it something like one billion euro to invest. So you can actually potentially trace the money that has been sunk in to rework or into Uber to even German capital. Right. But I think one thing that we have to remember from this kind of big map, the time drawing is that we have to be prepared. Right. To the fact that this idle capital, given the current macroeconomic conjuncture, is only going to double and triple. Right. We will probably unless SoftBank and similar funds screw up really badly. We will see more and more spare capital finding its way to these vehicles, which will then allow the likes of Uber to keep losing their four or five billion dollars a year. Billion dollars a year. Right. In the hopes of one day making a profit. Right. And of course, the conditions of possibility for that profit are themselves quite risky. Right. On the one hand, it means that Uber can become profitable, but only if it manages to destroy all its competition. And second, it will become profitable if it radically cuts its costs. Right. Because if a company loses five billion dollars in a row for four years, clearly it cannot continue like that forever. And we know that in the case of Uber, the most reasonable way for them to cut costs would be to completely automate the driving process so that you get rid of the drivers and you fit and equip those cars with some kind of self-driving mechanism. Right. In which case, of course, we are going to see a complete transfiguration of the local economy because quite a big contingent of the already precarious labor force. Right. Which already works quite often precarious conditions for taxi companies or logistics companies that do deliveries or food delivery companies. It will find itself even in a more precarious situation and potentially unemployed. Right. But even leaving that aside, we have to be prepared to the fact that since the owners of those platforms reside somewhere in Saudi Arabia or, you know, the Gulf States, just by virtue of having invested in them, they will be the ultimate beneficiaries of whatever successful and profitable business models will be built. Right. So the money that used to stay in the local economy because drivers were employed, that money will dry up. And I think we have to prepare for the worst. Right. And this is where I will touch a little bit the question of class, because you will clearly see that other institutions, most of all pension funds, sovereign wealth funds, but especially pension funds will increasingly be drawn to investments in tech. Right. And we have already seen trends like that over the last three or four years. Right. These institutions which have billions of dollars to manage, they themselves find them find themselves unable to essentially generate the sort of five or seven percent returns that are programmed into their business models. Right. And you know it very well in Germany as well. Right. And of course, the most clean and easiest option on the horizon for many of them is to basically start investing into this giant funds of funds like this SoftBank's Vision Fund. And then hoping that it will produce the kind of return that can be redistributed back to pensioners or workers or whoever whose money they are investing. Right. And this is where we get into very tricky territory. Right. And I think if you look at something like the sovereign wealth fund of Norway, right, which is ultimately the main mechanism for plugging in the budget holes in that country. Right. So I mean, this is what they live off. So when they have a huge budget deficit, they draw on the returns of the sovereign wealth fund. Right. Which is a model that appeals to quite a lot of people living on the left in both Europe and the United States. But if you look at the actual more successful and productive investment decisions and placements over the last few years, you will see that they are heavily exposed to the technology industry. So quite a lot of that money that then goes to fund Norwegian public services and welfare services. It comes from the likes of Facebook and Amazon and Alphabet and so on. Right. Which again, starts a very tricky discussion. And we can, of course, can have an ethical debate about the extent to which it's reasonable for such funds to be investing in technology industry, just like we've had the same debate about the arms industry, for example. But I think we have to understand that at this point, there is no way to understand digitalization and the kind of big forces that are driving it without having a clear analysis of global capitalism as of 2019. Right. Not at some kind of abstract level, but at a very empirical specific level of, you know, fund managers, asset managers, pension funds and so forth and venture capitalists, of course, not having enough opportunities to invest in. Right. And this sets in turn this dynamic where there is just too much money chasing too few good ideas. So you end up periodically with a lot of bad ideas being funded, which generates disruptions of its own because quite a lot of stupid companies stay afloat and cause a lot of damage for the sole reason that there is an investor willing to continue pouring money into them, which artificially drives up their valuation. Right. And on the other hand, it eventually creates this powerful global platforms like Uber, which would never be possible if there was no possibility to dump $20 billion in it on the assumption that one day this money will be repaid. Right. And when you are dealing with such giant forces, of course, the counter strategy has to take stock of the size and the scale of the enemy, so to say. Right. And in this case, without being able to articulate some kind of a counter strategy to which, you know, in the short term, I'm afraid we'll have to play by the capitalist rules and it will actually have to in some sense identify what are some of those strategic areas inside national European economies that should not be up for grabs by the likes of SoftBank. Because, you know, if we don't do that, either this kind of big tech in the face of big corporations like Amazon and Google or big financial capital in the face of venture capitalist funds like SoftBank is going to come and grab whatever is there to be used and potentially repurposed for alternative social transformation. Right. And my biggest fear is that if we lose that infrastructure, if we lose the set of technologies and sensors and networks and platforms that can be repurposed to essentially create more horizontal solidarity based relations in society to generate a very different ethic. Right. Which is not an ethic of competition, but an ethic of cooperation and collaboration that all of that requires access to very tangible, very expensive and increasingly difficult to defend infrastructures. Right. And everything we've seen so far suggests that there is just too much idle capital and too much kind of competition between those firms to leave those resources which a progressive leftist project needs untouched. Right. And this is where I think the big intellectual challenge lies. Right. On the one hand, of course, we need to go and do, I think, a big intellectual and abstract work in order to articulate what this different set of values in the 21st century looks like. Right. And we all know that they are equality, solidarity and justice. But what do they mean in the times when all of our lives are mediated by platforms that are new ways to organize production, that are new ways to organize governance, that are new ways for us to associate with each other in the city and do politics. All of those, I think, are valid questions to be rethought and thought through. Right. And we cannot think them through by relying just on Facebook or Google or Amazon. Right. I think there is a temptation to basically think about how we can just regulate those firms a little bit better and maybe tweak their morals to serve more progressive ends. I think we should definitely regulate them in the short term and we should make sure they pay taxes and we should make sure that they are not allowed to engage in predatory and precarious labor practices. But that agenda, I think, does not suffice for a radical project of social transformation, which, you know, traditionally has been the project of the left. And once we acknowledge that, then I think we have to start a series of very pragmatic questions. What are those necessary conditions and infrastructures that require a special approach? And what kind of politics of the state and politics of social movements do we need in order to protect that? And this is where I think things will get very complicated because very few of those big infrastructural pushes can happen on a level that's not European level. Right. The amounts of money, I mean, doing it on a national level might be easier, but it ultimately will not protect you against the likes of Amazon and Google. And that kind of opens up both new problems and opportunities, because it's to me at least quite obvious that the proper leftist effective agenda for digitalization will have to be articulated at the European level, which is where we would need to look into questions of industrial strategy. We would need to look into questions of strategic infrastructures. We would need to look into questions of how do we create and protect various services like artificial intelligence that will be and that will function like public goods and other services. And this is where, you know, we're talking about tens and hundreds of billions of dollars and euros and not just about investments at the local kind of municipal level, which might be very effective in the short term, but in the long term, they are powerless against this giant global capitalism. So on this, I think I will wrap up. I hope I have given you something of an overview of where things stand with regards to this interconnection with digitalization and global capitalism. And I hope we'll have a productive debate. Thank you. Ganz herzlichen Dank, Evgeni. Wir haben jetzt schon so ein paar kleine Vorschläge am Ende gehört und ich würde jetzt gar nicht viel reden wollen oder nochmal was fragen, sondern einfach direkt an Nina weitergeben. Alles klar. Ich sitze hier als Journalistin und Sabine hat es ja schon gesagt, dass ich mich schon relativ lange mit der Digitalwirtschaft beschäftige und auch mit der Analyse dieser Unternehmen, wie sie ideologisch wirken, wie sie tatsächlich in der Wirtschaft wirken, wie sie politisch wirken und vor ein paar Jahren habe ich aber eigentlich mehr oder weniger einen Schwenk gemacht inhaltlich, muss ich sagen, weil ich mich, hört ihr mich alle? Ja, ist das okay? Weil ich mich immer mehr mit den tatsächlichen Klassenkämpfen innerhalb unseres Kapitalismus beschäftigt habe, weil ich auch gemerkt habe, dass, also ich finde total wichtig, was Evgeni gesagt hat und ich finde das auch alles, also da gibt es überhaupt keinen Dissens, aber wenn wir uns nur damit beschäftigen, wie dieser Kapitalismus funktioniert, dann werden wir einfach keine Alternativen dazu erarbeiten und tatsächlich erleben wir seit ein paar Jahren Klassenkämpfe, die Perspektiven aufzeigen, wo lange gar keine mehr waren. Also ich habe manche davon begleitet, wie zum Beispiel die Amazon-Kämpfe, die von Deliveroo ganz viele und zahlreiche und ich kann tatsächlich sagen, es gibt nichts mehr, was mehr Hoffnung macht, auch gegen die Übermacht dieser Konzerne, wenn man tatsächlich sich damit auseinandersetzt, was Solidarität zum Beispiel ausrichten kann. Und dass es nicht nur Infrastrukturen sind, sondern dass tatsächlich Unternehmen sind, wo Arbeiterinnen und Arbeiter arbeiten und die tatsächlich auch was ausrichten können. Ich weiß, wir stehen da noch ganz am Anfang, aber ich glaube, und so sehe ich im Moment meine Arbeit da auch als Journalistin oder als politische Aktive, dass wir davon lernen können, dass wir aus den Fehlern dieser Kämpfe lernen können, aber dass wir auch aus den Siegen lernen können und dass wir uns die ganz genau angucken müssen. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich, das ist ja überschrieben, das Panel mit digitaler Klassenkampf, Fragezeichen. Und Klassenkampf natürlich unbedingt. Ich glaube, nichts anderes rettet uns als wir selber. Und ich bin auch froh, dass diese Klassenkämpfe zurück sind. Also ich meine, wer in den 90ern oder in den Nullerjahren dabei war, also Sabine hat es ja eben kurz angerissen, hat die ganze Miserie ja erlebt. Da gab es ja irgendwann gar keine Klassen mehr oder dann gab es eine kreative Klasse, die war dann nicht mehr mehr Kapitalist oder Arbeiterin. Arbeit sollte dann irgendwie immateriell sein. Ich glaube, jeder Clickworker, der vor seinem Computer sitzt oder jeder Deliveroo-Fahrer oder jede Deliveroo-Fahrerin kann sagen, immaterielle Arbeit ist das nicht. Und also erleben wir heute tatsächlich sehr, sehr spannende Klassekämpfe. Also auch da zum Beispiel im Herzen der Bestie. Also ich finde es ganz spannend, was zum Beispiel derzeit bei Google passiert. Ich weiß nicht, wie viele das hier mitgekriegt haben. Es gab zum Beispiel im Google Walkout, quasi ein internationaler Mini-Streik. Nach MeToo standen die Arbeitsbedingungen für Frauen bei Google in der Kritik. Also die haben sich organisiert und haben gesagt, wir sind hier nicht ein schlechter bezahlt, wir sind hier auch Belästigungen ausgesetzt. Viele Google-Arbeiter, Männliche, haben sich dem angeschlossen und ich glaube am 11.11.2018 haben sie einen internationalen Walkout gemacht. Also sind Google-Zentralen rausgegangen. In jeder Stadt immer um die gleiche Zeit. 24 Stunden hat es gedauert. In Zürich gibt es bei Google im Moment eine gewerkschaftliche Organisierung. Ich glaube, das hätte sich vor ein paar Jahren oder vielleicht noch vor ein paar Monaten keiner vorstellen können, dass das tatsächlich passiert. Und von ein paar Wochen oder von letzte Woche vor zwei Wochen sind gewerkschaftlich organisierte Google-Arbeiterinnen entlassen worden. Und das hat eine Welle der Solidarität ausgelöst. Das sind tatsächlich selbst bei Google nur ein paar der Beispiele. Also Klassenkampf auf jeden Fall. Und ich glaube, da passiert auch viel und da müssen wir genau hingucken. Und uns so natürlich auch solidarisieren. Digitaler Klassenkampf. Und so ist das Panel ja hier überschrieben. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, was das sein soll. Natürlich erleben wir eine zunehmende Digitalisierung. Aber auch das, was wir gerade gehört haben, das ist eine zunehmende Machtkonzentration. Wir erleben immer prekärere Arbeitsbedingungen. Wir erleben Privatisierung von Infrastrukturen. Und wir erleben vor allen Dingen auch fehlenden politischen Willen, mangelnde Regulierungen. Wir haben jahrelangen neoliberalen Kahlschlag, der als Digitalisierung uns verkauft wird, der aber damit überhaupt nichts zu tun hat. Wir haben Jahre, Jahrzehnte der linken Ideenlosigkeit hinter uns, genauso wie mangelnde linke Solidarität und mangelnde linke Fokussierung. Und da bin ich auch total selbstkritisch auf jeden Fall. Warum gibt es keinen digitalen Klassenkampf? Weil ich glaube, es gibt keinen digitalen Kapitalismus. Das sind zwei völlig unterschiedliche Phänomene. Wir haben zunehmende Digitalisierung. Wir haben aber vor allen Dingen den Kapitalismus, den wir schon immer hatten. Wir haben Unternehmen, die nicht reguliert werden, Unternehmen, die nicht verstaatlicht oder vergesellschaftet werden, die immer noch alle Spielräume nutzen, egal ob es die Webmaschine war, die Fließbänder oder das Outsourcing. Und das verkaufen sie als Digitalisierung und wir stehen alle stumm da und denken, wow, das ist neu, da muss man mitmachen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass diese Folgen der Digitalisierung teilweise völlig überschätzt werden. Also ich habe ja hier schon öfter irgendwie bei der Linkspartei, netterweise werde ich immer wieder eingeladen. Auch wenn ich das immer wieder kritisiere, aber auch die Linkspartei hat sich so einem so feuilletonistischen Katastrophismus hingegeben. Da wurde dann über das bedingungslose Grundeinkommen als Lösung irgendwie für dem, was man irgendwie an prekärer Arbeit, irgendwie an Problemen da hat, gesprochen. Es wurde über linke Automatisierung gesprochen, statt darüber, wie wir Konzerne wie Google, Amazon, Uber die Stirn bieten und sieht es tatsächlich zerschlagen. Genau. Und das ist übrigens nicht nur auf Tech-Unternehmen anwendbar, sondern auch auf Banken und Wohnungskonzerne. Hast du ja selber gesagt. Genau. Bevor ich jetzt aber über alle möglichen Felder eines solchen Klassenkampfs gegen Tech-Unternehmen weiterspreche, wollte ich gerne sagen, also ich habe gestern wurde das ja quasi, glaube ich, veröffentlicht, dieses Strategiepapier Digitale Demokratie statt Herrschaft der Monopole von Katalin Gennburg, Katja Kipping und Anke Domscheit-Berg. Und ich finde, man sollte das trotzdem nicht kleinreden, was da drin steht, auch wenn wir gerade natürlich gehört haben, dass es nicht reicht, um diese Konzerne tatsächlich zu besiegen. Aber ich glaube, da stehen ein paar Dinge drin, die trotzdem total wichtig und dringend sind. Und wir stehen da ganz am Anfang, diese Konzerne zu entmachten und zu bekämpfen. Und trotzdem muss man es Schritt für Schritt machen. Also ich glaube zum Beispiel, dass es ein öffentlich-rechtliches Internet braucht. Das klingt so zahm und das ist es auch, aber tatsächlich ist es so. Also ich arbeite ja selber beim Öffentlich-Rechtlichen und es will mir nicht in den Kopf, dass wir diese Plattformen benutzen und benutzen müssen, dass es keine Alternativen dazu gibt, dass es nicht mal so etwas gibt wie eine europäische Mediathek. Weil so alle sieben Tage müssen wir alle Audioaufnahmen, alle Videoaufnahmen runternehmen. Genau. Also da stehen auch weitere richtige Sachen drin, wie Datenmonopole zerschlagen, ordentlich besteuern, Datensouveränität. Selbst das ist nicht wirklich machbar im Moment. Aber ehrlich gesagt, ich finde es auch ein bisschen mager für eine Linkspartei. Also das sind irgendwie Inhalte, die mittlerweile auch im Feuilleton der Süddeutschen verhandelt werden. Selbst der neoliberale Economist spricht darüber. Und ich finde, da sind die Klassenkämpfe, die tatsächlichen, teilweise schon viel weiter. Und das steht ja tatsächlich auch in diesem Papier drin. Da steht zum Beispiel, stadtpolitische Initiativen machen seit Jahren auf diese Missstände aufmerksam und fordern im vergangenen Sommer dem bekannten Volksentscheid entsprechend Airbnb enteignen. Ja, aber warum fordert das Papier das denn nicht? Also das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also das ist halt irgendwie, da werden so zahme Lösungen nur vorgeschlagen. Genau. Und dann steht da weiter, also das fand ich auch irgendwie ganz bezeichnend für dieses Papier. Ähnlich wie in den 30er Jahren, als es Demokratinnen- und Arbeiterinnenbewegungen mit Präsident Franklin Roosevelt in den USA gelang, den entfesselten Industriekapitalismus wohlfahrtsstaatlich einzuhegen, stehen wir heute vor der Aufgabe, den digitalen Kapitalismus wieder an die Kette der demokratischen Regulation zu legen. Das heißt, es braucht jetzt nicht nur eine ökologische Modernisierung, sondern auch einen digitalen New Deal. Unsere Perspektive dafür ist klar, wenn etwas zu groß für die Demokratie ist, ist es höchste Zeit, es kleiner zu machen. Das stimmt, aber ich fand auch, als ich das gelesen habe, geht es noch zahmer. Also das ist halt so maximal Sozialdemokratie, aber das ist doch irgendwie keine Vision, die man irgendwie diesen digitalen Konzernen entgegensetzen kann, um den Leuten das Gefühl zu geben, hier lohnt es sich irgendwie zu kämpfen, wir haben irgendwie eine Vision. Und tatsächlich ist es ja auch so, diese Visionen gibt es ja teilweise schon. Und Leute sitzen tatsächlich da und versuchen, solche Visionen zu entwickeln. Also Sabine und ich haben uns eben gerade unterhalten, also ich habe gestern eine Reportage abgeschickt, da geht es zum Beispiel um Plattformgenossenschaften. Das ist überhaupt auch kein großer Wurf. Das sind teilweise junge Leute hier in Berlin, die den Start-ups tatsächlich irgendwie Genossenschaften, die alte Arbeiterkooperativen entgegensetzen wollen. Und die haben keinerlei Unterstützung dabei, weil denen fehlt die Finanzierung, denen fehlt die politische Unterstützung, denen fehlt die Infrastruktur. Und niemand steht an deren Seite. Und dann nochmal zurück zum Begriff irgendwie digitaler Kapitalismus. Also ich muss sagen, also ich habe mir jetzt nochmal zwei, drei Studien irgendwie angeguckt letzte Woche, ob es tatsächlich eine Zunahme der Gig-Ökonomie, also der digitalen Gig-Ökonomie in Europa gibt. Und die Gig-Ökonomie selbst wächst eigentlich gar nicht. Was tatsächlich wächst, ist die Gig-Ökonomisierung der Arbeitswelt. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele hier sind, aber es gibt immer mehr Freiberufler, es gibt immer mehr Menschen, die tatsächlich per Auftrag arbeiten, die dann aber nicht abgesichert sind. Es gibt auch Leute, die entscheiden sich dafür. Ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich zum Beispiel auch. Aber zum Beispiel für sowas, das kann man nicht unter einem Begriff wie Digitalisierung behandeln. Das ist eine Arbeitswelt. Wenn man das nur unter Digitalisierung behandelt hat, hat man hinterher irgendwie drei, vier Bereiche gerettet. Aber tatsächlich braucht man eine große Lösung für universelle Arbeiterinnenrechte. Und ich finde, das müsste eigentlich ein Projekt der Linkspatter sein. Wenn es das schon ist, dann lasse ich mich natürlich gerne belehren. Genauso wie, was man bei Amazon oder bei Deliveroo oder so erlebt, ist die Überwachung am Arbeitsplatz, die Arbeitszeitverdichtung, die immer nümere Ansprache irgendwie so der Arbeiterinnen und Arbeiter, das haben jetzt nicht die digitalen Unternehmen erfunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst an meinem Arbeitsplatz im behebigen Öffentlich-Rechtlichen nimmt genau das zu. Und da hilft leider keine Arbeitszeitverkürzung und keine Sabbaticals, wie es da auch manchmal so schön heißt. Genau. Ich glaube, es braucht große Würfe, es braucht große tatsächlich Pläne. Also hier steht irgendwie oben drüber, irgendwie demokratischer Sozialismus, ein neuer Sozialismus. Und ich denke, darüber müssen wir uns auch unterhalten. Und ich glaube, dass zum Beispiel das, was am Ende irgendwie bei Evgeny vorgekommen ist, tatsächlich auch Fragen sind, über die wir sprechen müssen. Nämlich, wie wollen wir diese Unternehmen entmachten? Und auch, was wollen wir mit ihnen anfangen? Ist Amazon eine Struktur, die man vielleicht nach einer Enteignung noch gebrauchen kann? Muss man Facebook nur zerschlagen? Und ich glaube tatsächlich, also so erlebe ich das zumindest, wenn ich rausgehe und mit Menschen spreche, dass sie schon Lust haben auf solche großen Visionen, die dem entgegenstehen und wie ein besseres Leben aussehen kann. Aber ich glaube, dass man es nicht nur unter digital verhandeln kann. Vielen Dank, Nina. Das war ja mehr als eine Punktlandung. Dann übergebe ich jetzt direkt gleich an Bernd. Ja, ich kann da ganz gut dran ansetzen. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass die Linke unbedingt bei den Klassenkämpfen, Streiks und Auseinandersetzungen dabei sein muss und die vorwärts treiben muss. Ich glaube, das machen wir aber auch an vielen Stellen. Aber Luft nach oben besteht immer. Wir sind ja leider auch keine 600.000-Mitglieder-Partei, sondern nur eine 60.000-Mitglieder-Partei. Also es kann aber noch mehr werden, wenn ich so in den Saal gucke. Ja, ich will ein paar Dinge aufgreifen, die hier angesprochen wurden. Also der erste Punkt ist, natürlich verändert die Digitalisierung. Und ich teile im Übrigen die Einschätzung, dass wir nicht über digitalen Kapitalismus reden können. Also Kapitalismus bestimmt sich nicht nach einer Technikform. Das wäre, glaube ich, falsch. Aber wir haben eine Digitalisierung im Kapitalismus. Und da werden verschiedene gesellschaftliche Bereiche berührt. Ein zentraler Bereich ist natürlich die Arbeitswelt. Also nicht nur, dass Amazon die fortschrittlichste digitale Logistik entwickelt hat, sondern sie haben eben auch praktisch vorsintflutliche, frühkapitalistische Arbeitsformen verbunden, quasi mit ganz modernen Überwachungssystemen. Sie haben Armbänder patentieren lassen, wo du auf Sekunden genau jede Bewegung messen kannst. Und da dagegen gibt es Widerstand gegen die Kontrolle und gegen diese vorsintflutlichen Arbeitsbedingungen. Und die gehen natürlich immer um Regulierung. Es ist aber nicht nur bei Amazon selber, sondern die Internetkonzerne und die bringen natürlich neue Arbeitsformen hervor. Ich glaube, die Einschätzung, dass uns die Arbeit ausgeht und dass hier 20, 30 Millionen Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, die stimmen nicht. Die Produktivität ist eher sogar gesunken in der Gesamtgesellschaft. Aber was passieren wird, ist, dass es, was wir jetzt schon haben, sehr viele deregulierte Arbeitsformen, sehr viele prekäre, sehr viele Scheinselbstständigkeiten und Abhängigkeiten, dass diese Tendenzen verschärft werden. Weil wir natürlich auch neue Betriebsbegriffe bekommen. Da wählen sich Leute mit Apps ein für bestimmte Aufträge, die sie bekommen. Das ist nicht reguliert, weder durch Tarifverträge, noch durch Betriebsräte, noch durch Gewerkschaften. Oder ich habe jetzt mit dem NGG-Sekretär von Liberando gesprochen, die da gerade eine Kampagne machen zur Regulierung der Arbeitsbedingungen. Die haben aber schon das Problem, dass die Leute ja keinen Betriebsort mehr haben. Das heißt, die kriegen ihre Aufträge über ihre Apps und dann fahren sie mit ihren Fahrrädern rum. Aber es gibt keinen Betrieb mehr, wo sie sich treffen. Also die Organisationsformen müssen sich ändern, die Regulierungsformen müssen sich ändern. Und da brauchen wir natürlich einen Kampf, eine Auseinandersetzung, die auch zum Teil geführt wird, um neue Regulierungen. Also, dass es normal ist, dass die Leute in Tarifverträge kommen, dass sie Arbeitsbedingungen haben, die gut sind, dass sie gute Löhne haben, die über dem Mindestlohn ist, da reicht nicht allein der Mindestlohn aus. Und dass sie sich organisieren können. Auch, dass Mitbestimmungsrechte greifen, die ja jetzt gar nicht greifen. Du kannst nicht mal so leicht einen Betriebsrat gründen in diesen Bereichen. Das ist, glaube ich, eine wichtige politische Aufgabe. Interessant fand ich da zum Beispiel den Staat Kalifornien. Die haben bei Uber gesagt, die haben nur einen Auftraggeber, die Uber-Leute. Und deswegen sind die keine Selbstständigen. Und die wurden dann praktisch durch ein Gesetz des kalifornischen Staates alle zu Arbeitnehmern erklärt. Damit wird natürlich das Geschäftsmodell von Uber eigentlich zerschlagen. Und das finde ich eine wichtige politische Forderung. Also, dass diese ganzen Solo-Selbstständigkeiten, die ja nicht wirklich selbstständig sind, die nicht über sich verfügen können und alles Formen sind, um noch miesere Ausbeutungsmethoden durchzusetzen, die müssen wir beseitigen. Das betrifft Regulierung. Aber natürlich greifen diese Digitalisierung nicht nur ein in den Bereich der Beschäftigten, sondern sie versuchen ja in andere Bereiche einzudringen. Zum Beispiel in den ganzen Bereich des Öffentlichen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Debatte über den Verkehr. Also auch im Zusammenhang mit der Klimakrise. Und anstatt praktisch bei uns öffentlichen Personennahverkehr auszubauen und die Städte Fußgänger- und Fahrradfreundlicher zu machen und nachhaltige Verkehrssysteme zu entwickeln, entsteht natürlich das Bedürfnis der Automobilindustrie, möglichst viele Autos zu verkaufen und möglichst viele Premium-Autos und SUVs, die eben mit Elektromotoren ausgerüstet sind. Und natürlich wollen sie dadurch damit auch Verkehrsleitsysteme entwickeln oder das mobile Fahren, das keinen wirklichen Fortschritt gibt. Aber da geht es ja nicht nur ums Fahren, sondern da geht es um Big Data-Systeme, die das überhaupt erst ermöglichen sollen. Und da wird es einen riesen Konkurrenzkampf geben zwischen den Internetkonzernen und den Automobilkonzernen. Wer stellt denn diese Daten infrastrukturell zur Verfügung? Sind praktisch die Automobilisten nur noch Hardware-Zulieferer für Google und Apple und Amazon oder verfügen sie über das selber? Das geht aber generell gesellschaftlich in die falsche Richtung. Das heißt, die linke Politik muss sagen, wir müssen eigentlich weniger Autos produzieren und wir müssen die Automobilindustrie in eine nachhaltige Mobilitätsindustrie umwandeln. Und im Zentrum müssen praktisch Fußgänger, Fahrradfreundliche und Städte sein, bei denen der ÖPNV ausgebaut wird und möglichst ticketfrei ist. Und deswegen zum Klassenkampf. Das heißt natürlich, wenn du so ein linkes Konzept vertrittst, dann musst du das durchsetzen gegenüber den Internetkonzernen und gegenüber der Automobilindustrie. Oder die ganze Frage der Vernetzung. Ich bin absoluter Aufgabe, dass die Frage der Netze eine Aufgabe der öffentlichen Hand ist. Also das muss Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein. Bei uns hat man ja das Gegenteil gemacht. Man hat es ausgeschrieben für große Konzerne. Telekom und andere hat ihnen relativ wachsweiche Auflagen erteilt. Und die Folge ist, bestimmte Bereiche werden überhaupt nicht vernetzt, sondern vernetzt wird dort, wo es attraktiv ist und wo möglichst viel Gewinn gemacht werden kann. Eine Stadt in der Nähe von Stuttgart, Schorndorf, die haben gesagt, das machen wir nicht so. Wir bauen die Netze selber aus und behalten sie in öffentlicher Hand und sorgen dafür, dass jeder Zugang hat und jeder einen Netzanschluss hat. Ich finde, hier müssen wir ganz klar sagen, Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur und das muss auch in öffentliche Hand. Die Privatisierung der Telekom war ein Riesenfehler. Da hätte eigentlich ja der Staat einen Betrieb gehabt, der so etwas machen konnte. Deswegen haben wir auch gesagt, die Telekom muss wieder rückvergesellschaftet werden. Ja, ich finde, ein wichtiger Punkt. Im Übrigen solche Konzerne wie Google legen ja selber auch Glasfaserkabeln schon. 10% der weltweiten Glasfaserkabeln werden von Google praktisch installiert. Das sind nicht einfach nur Werbekonzerne, die gar nichts machen, sondern die haben inzwischen schon eine ziemliche Produktdiversifizierung und versuchen, sich alles unter den Nagel zu reißen, was es dort gibt. Also dort ist, glaube ich, völlig klar, dass wir das in öffentliche Hand nehmen müssen. Genauso solche Portale wie Zimmervermietung gehört in kommunale Hand. Also wenn man überhaupt private Zimmer vermieten will, das muss man ja auch noch überlegen, dann gehört das in die öffentliche Hand und nicht in die Hand von Konzernen. Ob das eine reine Verstaatlichung ist oder ob wir das anders machen, ich glaube schon, dass wir die Internetkonzerne nicht einfach nur verstaatlichen sollten, sondern dass wir natürlich Genossenschaften brauchen oder, ich habe auch in der Arbeitsgruppe die Idee eingebracht, nach dem Prinzip der öffentlichen Rundfunkanstalten, wo verschiedene Akteure drin sind, die das verwalten, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, das muss ja nicht sein wie dieser bürokratische Rundfunk, aber wo das einen demokratischen Gehalt hat, weil man will vielleicht auch nicht alle Daten dem Staat übergeben, obwohl mir dann der IT-Experte in der Arbeitsgruppe gesagt hat, naja, täuscht dich mal nicht die ganzen Daten, die die Internetkonzerne haben, hat der Staat auch jetzt schon. Also es gibt ja eine enge Verflechtung zwischen Militär, Staat und den großen Internetkonzernen. Also, aber wir wollen ja nicht, dass da eine riesen Kontrolle erhoben wird, sondern dass es einen gesellschaftlichen Nutzen hat. Aber um sowas zu machen, musst du sie erstmal in öffentliche Hand überführen. Das geht ja auch national nicht so ohne weiteres. Oder du musst staatliche Strukturen und Konzerne aufbauen, die dagegen sind, europäischen Internetkonzernen oder ähnliche Dinge. Oder man muss beides sogar anstreben. Aber es muss praktisch eine öffentliche Überführung, eine öffentliche Hand geben oder einen Aufbau von öffentlichen Strukturen. Und da sollten wir ganz massiv dafür eintreten. Wie wir überhaupt gesagt haben, das ist alles Bestandteil von öffentlicher Infrastruktur. Und die Philosophie der Linken, was die öffentliche Infrastruktur betrifft und die öffentliche Daseinsvorsorge, ist meines Erachtens ziemlich weit entwickelt. Und auch nicht so zart sozialdemokratisch. Sondern, ja, leider haben sich Katja und ich nicht durchgesetzt, dass in unser Programm reinkommt, dass das Infrastruktursozialismus heißt. Obwohl ich ja auch so schlau bin und weiß, dass allein Infrastruktur kein Sozialismus ausmacht. Aber die Grundidee war schon, dass der Wohlstand der Menschen sich nicht nur durch Löhne und Arbeitsbedingungen und Transferleistungen bestimmt, sondern auch, ob du Zugang hast zu Bildung, Erziehung, zum guten öffentlichen Personennahverkehr, zu Kunst und Kultur, ob die Wasserversorgung stimmt und vieles andere mehr, ob es bezahlbare Wohnungen gibt. Und das ist, in unserem Verständnis, sind es Felder, in denen im Markt Wettbewerb und Profitorientierung nichts verloren hat. Sondern die nach den Bedürfnissen der Menschen organisiert werden müssen. Und wo das Prinzip ist, dass jeder Mensch zu diesen Dingen des Öffentlichen Zugang hat, und zwar gebührenfreien Zugang perspektivisch. Und wir dadurch erstens mal Wohlstand anders definieren, nicht praktisch als Anhäufung von Ware im Konsum nur, sondern eben wirklich als Zugang zu den gesellschaftlichen Lebensmöglichkeiten. Und das muss grundsätzlich in öffentlicher Hand sein und demokratisch kontrolliert werden. Und dazu gehört natürlich auch die digitale Infrastruktur. Das ist Bestandteil dieser öffentlichen Daseinsvorsorge. Und ich glaube, da können wir schon praktisch dieser kapitalistischen Verwertungslogik ein anderes Modell entgegensetzen. Ich glaube, wir sind nicht so weit, dass wir jetzt ein Konzept von Sozialismus haben. Bin ich auch dafür. Aber was wir haben, ist, dass in bestimmten Elementen des Lebens auch viele Menschen begreifen und darum kämpfen, dass das nicht Profit unterliegen darf. Also auch Leuten, die keine Sozialisten sind, leuchtet ein, dass man die Menschen nicht profitorientiert pflegt oder nicht wettbewerbsfähig in die Kindertagesstätten steckt oder ähnliche Dinge macht. Das heißt, da haben wir Bereiche, wo eigentlich sozialistische Grundprinzipien vertreten werden in Einzelfeldern. Und ich glaube, die Felder müssen wir erweitern und darum müssen aber auch politische Kämpfe geführt werden. Und die sind nicht ganz einfach. Ich bin auch unbedingt dafür, die Internetkonzerne zu zerschlagen, obwohl ich nicht ganz genau weiß, wie man das so machen kann. Aber bei Uber ist es ein bisschen einfach. Ich finde, Uber muss man einfach verbieten. Das hat keinerlei zusätzlichen Nutzen. Also für die Gesellschaft. Oder man muss es machen, wie in Kalifornien. Und was der Genosse hier gesagt hat, ist ja vollkommen richtig. Uber hat noch keinen müden Euro oder Dollar verdient. Wir machen jedes Jahr 8 Milliarden Verlust. Und das ganze Geschäftsmodell ist wirklich nur, Kapital anzusammeln und ein Monopol zu bilden. Also praktisch die ganzen anderen Mobilitätsformen rauszudrängen, insbesondere die Taxiunternehmen und andere, um dadurch die Preise erhöhen zu können oder die Löhne zu drücken. Das ist ihr Modell. Das kann auch furchtbar schief gehen im Übrigen. Aber ich finde, wir sollten nicht darauf vertrauen, dass es schief geht, sondern sollen dafür kämpfen, dass das eine öffentliche Regulierungsaufgabe ist. Solche Konzerne, die eigentlich keinen zusätzlichen Nutzen haben, aber anderen regulierte Arbeit wegnehmen und praktisch eine falsche Form von Mobilität sind, die müssen wir verbieten oder so stark regulieren, dass sie ihr Geschäftsmodell nicht durchsetzen können. Ich bin auch dafür, bei den anderen Plattformunternehmen zu gucken, was ist eigentlich der gesellschaftliche Nutzen. Es gibt einen Nutzen, dass wir Kommunikation und Sachen verbessern können, aber ist ein Nutzen, wenn praktisch die ganzen Händler vor Ort verdrängt werden und alles über Internethandel gemacht wird. Wodurch entsteht der zusätzliche gesellschaftliche Nutzen? Das ist mir nicht so ganz richtig logisch. Es ist ja nicht etwas Neues, was die produzieren oder wo ein Nutzen entsteht, sondern sie reißen praktisch Dinge, die es schon gibt, in einer anderen digitalisierten Form an sich, um praktisch große Monopole aufzubauen. Und ich finde, wir müssen die angreifen, indem wir gesellschaftlichen Nutzen herausarbeiten, sowohl für die Beschäftigten wie auch für die Gesellschaft. Und da geht es natürlich um Regulierung, um öffentliches Eigentum, um neue Eigentumsformen. Und es geht auch um ganz konkrete Kämpfe und Auseinandersetzungen, die man miteinander verbinden muss. Jetzt will ich nur noch einen letzten Punkt einbringen. Allein Vergesellschaftung oder öffentliches Eigentum ist noch kein Sozialismus. Post war auch mal staatlich, aber wenig sozialistisch. Frankreich hat mal 50% seiner Betriebe ein Staatseigentum gehabt, war aber nicht sozialistisch, hat einen anderen Zweck gehabt. Sonst geht es ja um die Verfügung der Menschen über die Gesellschaft und über die materielle Grundlage. Deswegen müssen wir den Begriff der Demokratie einführen. Das heißt, sowohl die Arbeit wie die Ökonomie wie diese digitalen Plattformen müssen demokratisiert werden. Und wir diskutieren gerade viel über das Element der Wirtschaftsdemokratie, das ist auch noch nicht richtig Sozialismus, aber wir sagen zumindest die Frage, was, wie, wo produziert wird, darf nicht über Profit und Marktlogik entschieden werden, sondern muss demokratisiert werden. Also wenn wir mehr an Demokratie wollen, dann müssen wir es auf die Wirtschaft ausdehnen, die Demokratiefrage. Und nicht nur auf mehr Bürgerentscheide und Volksabstimmungen, das muss man auch machen, aber das ist nicht der Kern. Der Kern ist praktisch die Ökonomie selbst. Und deswegen wollen wir, dass es Wirtschaftsräte gibt auf regionaler Ebene, die praktisch, wo verschiedene Akteure drin sind, also Gewerkschaften, Kommunen, Bürgerinitiativen und viele andere mehr, von mir aus auch Kapitalseite, solange es es noch gibt, die aber mitentscheiden oder sogar wesentlich entscheiden, wie soll die Zukunft aussehen, was wollen wir denn haben, welche Infrastruktur wollen wir ausbauen, welche wollen wir nicht haben, wie können wir regionale Kreisläufe machen, wie können wir nachhaltig produzieren. Ich finde, das muss praktisch in das Primat der Politik und der Bevölkerung gehen. Und natürlich ist das nichts anderes wie Klassenkampf, nämlich Klassenkampf gegen die Verwertungslogik und gegen die Marktlogik, dass man politische Kriterien denen entgegensetzt. Und deswegen, im Übrigen komme ich aus einer, bin ich in einer Bewegung mit gewesen, Stuttgart 21, wo ich nur mal sagen will, die haben das zusammengebracht, praktisch die Kompetenz der Leute, Ingenieure gegen Stuttgart 21, Architekten gegen Stuttgart 21, Beschäftigte, Gewerkschaften und viele andere mehr. Und die haben natürlich dann im Laufe der Zeit viel mehr diskutiert, nämlich, wem gehört die Stadt, welche Stadt wollen wir denn eigentlich haben, wie müssen Verkehrskonzepte aussehen. Und der Unterschied zu den sogenannten Experten und der Bahn und der Industrie und allen, die dieses Projekt forciert haben, die haben in allen Einschätzungen Recht gehabt. In der Kosteneinschätzung, in der Problematik mit der Bahn, in der Folgen für den Umweltschutz. Das heißt, die Kompetenz der Leute war viel größer wie die Kompetenz vom Lindner, seine Profis und Experten. Also insofern würde ich ein wirklich flammendes Plädoyer halten für die Demokratisierung der Ökonomie und ich glaube, dafür können wir auch die Leute begeistern. Ja, vielen Dank Bernd, auch Punktlandung. Ich habe ja gar nichts zu tun hier vorne. Es ist tatsächlich jetzt ein bisschen schwierig, die Frage zu formulieren, die mir jetzt auf dem Herzen liegt. Ich habe ja gesagt, ich möchte ganz kurz noch ein, zwei Fragen ans Podium stellen. Ich würde auch gerne, wenn es jetzt technisch noch machbar ist unmöglich ist, die Evgenie noch dazuholen. Seid ihr dabei, ne? Also im Grunde genommen könnte man jetzt mit der Veranstaltung aufhören. Man könnte sagen, alle Vorschläge sind gemacht. Wir wissen Bescheid, jetzt gehen wir raus und setzen die um. Also was brauchen wir jetzt noch groß diskutieren? Die Frage ist, gehen jetzt tatsächlich, das war jetzt nicht so gemeint, das war jetzt vielleicht taktisch unklug. Aber ihr seht schon, offensichtlich waren die Vorschläge sehr überzeugend. Ich habe aber trotzdem noch einen kleinen, wie soll ich jetzt sagen, wir haben glaube ich das Problem, dass wir diese Vorschläge da liegen haben und die ich jetzt persönlich auch alle in die richtige Richtung gehen fand. Wir haben aber natürlich das Problem erstens der Umsetzung und zweitens der Vermittlung und das mit der Umsetzung fängt schon an mit, die Diskussion haben wir gerade in Berlin mit der Vergesellschaftung, woher, also es muss ja dann doch Entschädigung gezahlt werden, das will ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja auch tatsächlich noch nie geschehen, seit es die Verfassung gibt, dass dieser Vergesellschaftungsparagraf in irgendeiner Form in die Praxis umgesetzt wurde oder angewendet wurde. Das ist also gar nicht alles so einfach, wie man sich das vorstellt. Auch die Vorschläge von Nina würden ja ein bisschen darauf hinauslaufen, dass man Geld braucht, um diese alternativen Strukturen zu fördern und zu finanzieren und ihr wisst alle, dass die Ideologie der schwarzen Null des ausgeglichenen Staatshaushalts mehr als bei der Macht angesiedelt ist, sondern auch in unser oder aller Köpfe sehr verankert ist, dieser Vergleich, als wäre ein Staatshaushalt das gleiche wie, ich sage jetzt mal, die schwäbische Hausfrau. Das ist sehr tief verankert und es gibt ja auch einen hohen Prozentsatz, war jetzt eine Umfrage, die dafür sind, dass dann doch die GroKo noch weitergeht. Es gibt also ein hohes Vermittlungsproblem, dafür einzutreten, dass man Vergesellschaftung macht, ihr kennt das von der Berliner Debatte, es wird sofort entgegnet, der Gulag. Also das, so weit geht dann quasi schon die, es ist ein extrem großes Problem. Und, Evgeny, du verstehst ja Deutsch, habe ich gehört, oder wird da jetzt übersetzt? Wird übersetzt, okay. Bei Evgeny fand ich ganz interessant, das habe ich auch gelesen bei dir, dass du sagst, das lässt sich hier alles sowieso gar nicht mehr im nationalen Rahmen klären und man muss auf die internationale Ebene. Du hast jetzt gesagt, die europäische Ebene. Da frage ich mich, finde ich total richtig, da frage ich mich aber ein bisschen, welche politische Kraft, ich sage jetzt mal europäisches Parlament, hat nicht in seinem europäischen Wahlprogramm drinstehen, Wettbewerbsfähigkeit. Die Sozialdemokratie macht natürlich in ihrem Europawahlprogramm, schreibt sie Sozialstandards und Umweltstandards und was weiß ich, Steuereinnahmen muss man erhöhen, die Konzerne besteuern, aber das Projekt ist Wettbewerbsfähigkeit. Das ist so durchgesetzt, dass Europa wettbewerbsfähig sein muss und ich frage mich, das ist auch wieder dieser Punkt der Vermittlung, wie kann man im öffentlichen Diskurs diese tief verankerten in den letzten 30 Jahren durch die ganze neoliberale Ideologie in uns ein, ihr versteht schon, was ich meine, es sitzt einfach total fest und wie kann man dieses Problem der Wettbewerbsfähigkeit, die ja nichts anderes ist wie die Konkurrenz zwischen den großen Blöcken, USA, Europa, China, wie kann man das auf dieser Ebene, wer könnte das machen, versuchen anzugehen, das würde ich glaube, ich weiß, das ist eine Herkulesfrage, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal jetzt an Jevgeni zurückgeben. Ja, ich denke, ich denke, Sie sollten mich jetzt hören, ja? Ja, ja. Okay. Well, first of all, let me say one comment that came to my mind as I was listening to the remarks by other panelists. I think we should not underestimate still the ideological power of this big tech block, if you will. I still think that despite all the scandals, despite the problems related to Cambridge Analytica and, you know, election manipulation, these companies still have managed to build a very nice legitimization narrative for themselves. And the reason why that legitimization narrative is possible is because we do not have access to the actual data that can explain to us the real impact of the operations or who they actually affect. So when Airbnb or Uber say that they are here to protect the most vulnerable members of society because they give them jobs or they allow them to essentially drive or to rent their houses, I mean, we really have to verify that claim empirically. Right? And the problem is that they are sitting on the data that will allow us to answer that question. But I think we have to be able to come up with content narratives and this is where a lot of intellectual work would be involved. But the more and political work of course as well. But I think the more dangerous possibility is that for quite a lot of people it's possible that the likes of Uber, Google and Amazon actually work and deliver value. And it's just that the costs of them consuming those services are then being essentially externalized on someone else. Right? And this would open us to a proper class analysis of the digital economy. Right? Instead of claiming that everybody who uses Uber or Facebook or Google is under some kind of false consciousness and they do not actually understand that these companies are hurting them, it's actually possible that these companies are not hurting them and that they're using them quite wisely and strategically given their class position in society. Right? And in that sense being able to kind of nail it and drill it in people's minds that essentially these services come with huge costs. It's just that those costs are deferred. You don't see them immediately almost like with climate change. You see them 15, 20, 10 years from now when your local economy is in poverty, your elections get manipulated, when something else happens. All of these costs which are very abstract for most people have to be brought into the present. And I think this is where intellectuals and politicians and trade unions and other social intermediaries can come in. To give a very brief response to your other question about competitiveness and the way in which this can be tackled internationally. Well, I think the reality is that it's true in some sense that in as much as the global economy operates on principles of capitalism, competition, competitiveness and profitability will remain the criteria by which countries have to engage in international competition. But I think, again, there is absolutely no reason to believe that the current moral which relies on a lot of wastefulness is superior to morals that treat, for example, artificial intelligence as a public good. I'll give you one example and then I'll pass on the microphone. If you look at artificial intelligence, as I have said, most of the firms, big firms now in technology are spending possibly 8 to 10 billion euros on artificial intelligence every year. They're creating the same set of features, right? They're training their algorithms and tools to recognize, you know, a picture of a chair from a picture of a table or a picture of a traffic light from a picture of a car, right? All of them need those very functions because this is how competition works. The firm that doesn't have them gets kicked out. But it's, of course, crazy and irrational, right? It would be so much better to have it done once and then use it as a public good of some kind, right? And this is where I think there are opportunities for different types of discourses which temporarily accepting even the criteria of competitiveness will show you that the current model is completely unsustainable, wasteful, and irrational, right? So, you know, there is no reason why Europe should not try to build AI differently and really use it as infrastructure which is a public good and not build with it the way China or the United States does, which is by delegating to big technology companies. Okay, alles klar, danke. Will einer von euch beiden gleich darauf reagieren? Entschuldigung, ja, ich war noch ein bisschen am denken. Das stimmt alles, da widerspreche ich auch überhaupt nicht, aber ich würde es trotzdem wieder so ein bisschen optimistischer runterbrechen, glaube ich. tatsächlich erlebe ich es total viel in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, dass ich Menschen treffe, die sagen, ja, das ist alles überhaupt gar nicht so gut, was diese Unternehmen machen und ich wäre eigentlich auch gerne nicht auf Facebook und ich würde eigentlich auch gerne nicht Google benutzen und nicht bei Amazon bestellen und ich will eigentlich auch nicht irgendwie meine Wohnung bei Airbnb vermieten, aber dann kann ich mir eigentlich keinen Urlaub leisten oder so, aber was ist denn sonst? Und ich glaube, das ist tatsächlich einer der Punkte, bei denen man ansetzen muss, tatsächlich logische Schritte irgendwie aufzuzeigen. Das ist das eine, wie man halt irgendwie an diese Unternehmen rankommt. Und zu dieser Frage der Wettbewerbsfähigkeit, ich glaube, dass diese Frage der Wettbewerbsfähigkeit irgendwie ein Stück weit irrational ist und ich glaube, das ist auch wichtig, das immer wieder aufzuschlüsseln, dass das eigentlich gar nichts bringt, um diese Unternehmen zu konkurrieren. Weil was ist denn, wenn der Amazon Tower hier in Berlin gebaut wird? Wird das Leben für uns alle dann besser? Haben wir dann alle unglaublich tolle Jobs bei Amazon? Das wissen ja mittlerweile alle, dass es da einfach keine geilen Jobs gibt und dass da irgendwelche hochbezahlten Programmierer wahrscheinlich reinkommen. Also es ist glaube ich auch schon gesagt, dass es da wahrscheinlich um künstliche Intelligenz gibt und dass man wahrscheinlich eher irgendwie um internationale Arbeiterinnen und Arbeiter bohlt. Also warum sollten die hierher kommen, wenn außerdem irgendwie dann noch die Mieten in die Höhe gehen und auch einfach dieser Tower so wahnsinnig hässlich aussieht. Also und das ist halt irgendwie so, man sagt immer, man muss so wettbewerbsfähig bleiben, man konkurriert mit anderen Städten und überhaupt. Aber das Ding ist halt, worum konkurriert man denn? Haben wir da am Ende mehr Geld? Haben wir bessere Jobs? Haben wir ein besseres Leben? Müssen wir weiter Angst um unsere? Also ich habe zum Beispiel, weil wir kennen nur Leute, die Angst haben, die sich mit ihren Vermietern nicht mehr anlegen, weil sie Angst haben, dass sie auch noch in der Wohnung fliegen. Dafür müssen wir irgendwie Alternativen entwickeln. Und ich glaube tatsächlich, das ist halt immer noch, also ich, also es ist einfach irrational darum, irgendwie konkurrieren zu wollen, aber natürlich braucht es auch Alternativen. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig zu sagen, so diese Unternehmen sind einfach asozial. Also es ist halt einfach irgendwie so, die investieren Millionen und Milliarden in ein Budget, um zu verstecken, wie asozial sie einfach sind. und um was wir da halt tatsächlich konkurrieren so. Und ich weiß, das ist keine Lösung, wie man da aussteigen kann, aber ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig zu zeigen, was die uns kosten. Also ich finde immer, das beste Beispiel, das ist ja wahrscheinlich hier heute auch x-mal gefallen, ist irgendwie Apple, die es tatsächlich schaffen, sich einfach an so einem Pool von Erfindungen der Universitäten zu bedienen und kein Geld dafür bezahlen, also staatliche Finanzierung. Und am Ende steht ein Geniekult irgendwie so, keiner hat irgendwie so tolle Forschung wie Apple. Nee, und dann ist es an den Universitäten gemacht worden. Wir haben jetzt gerade gehört irgendwie von Softbank, die haben Geld investiert in Unternehmen, das auch hier in Berlin tätig ist, WeWork, die einfach nur diese Coworking Spaces monopolisieren wollten. Die haben auch keine schwarzen Zahlen geschrieben, die sind oberasozial. Was ist passiert? Die haben Pleite gemacht, die haben sich verspekuliert, die haben sich verspielt. Die Tausenden von Arbeiterinnen, die sie international haben, stehen von heute auf morgen auf der Straße und dieser Chef, der sich wie als Guru aufgespielt hat, der ist halt einfach irgendwie kriegt eine Milliarden- oder Millionenabfindung. Und ich glaube, das ist auch in diesem Spiel, wir müssen irgendwie uns um diese Unternehmen irgendwie so wichtig, denen immer wieder irgendwie zu zeigen, man geht denen auf den Leim und immer wieder zu entschlüsseln, wie diese Unternehmen tatsächlich funktionieren, nämlich für die meisten von uns überhaupt nicht. Ja, die Frage war ja, wie können wir praktisch die Frage des Öffentlichen, des Gesellschaftlichen, der Bedarfe der Menschen praktisch, wie können wir das vermitteln, dass das die gesellschaftliche Struktur bilden soll, quasi das solidarische Zusammenleben und nicht der Wettbewerb und die Konkurrenz und die Jagd nach Profiten. Ich glaube, das ist eine linke Daueraufgabe. Also man kann da wahrscheinlich gar nicht kurzfristig das lösen. Aber ich will mal nur sagen, ich war, als es bei unserem Wahlprogramm um die Wohnungsfrage ging, war ich ein bisschen ein Weichei. Also ich habe gesagt, naja, wir schreiben in das Programm lieber nicht rein, enteignen, sondern wir schreiben rein, Überführung der Immobilienkonzerte in öffentliche Hand. Das ist zwar genau das Gleiche, aber für einen Schwaben hört sich das besser an, irgendwie, also für die Leute dort. Aber ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, in welch kurzer Zeit die Forderung Deutsche Wohnen enteignen, quasi der Mieterinnenbewegung so einen Schwung gibt und von einer Mehrheit der Berliner und Berlinerinnen und vielleicht sogar in der ganzen Bundesrepublik für richtig gefunden wird. Das heißt, man kann auch das jetzige, den jetzigen Auseinandersetzungsstand nicht einfach auf die Zukunft projizieren, sondern es kann schon Sprünge geben und Brüche, wo die Leute sagen, na stimmt, beim Wohnen, da ist die Not so groß, da haben einfach Spekulieren und Profit und sowas nichts verloren. Und ich glaube, dass wir es schaffen müssen, in mehr solchen Feldern solche Elemente einzubringen. Also dass wir sagen, okay, wo gibt es denn Elemente, wo eben der gesellschaftliche Bedarf wichtiger ist wie Profitinteresse von Unternehmen oder ihnen gar gegenüberstehen. Und ich glaube, nach 30 Jahren neoliberaler Politik und dieser extremen Verwüstung, die der hinterlassen hat, bei der Sanierung der Schulen, bei dem maroden Zustand der Krankenhäuser, der Bahn und vielem anderem mehr, entsteht auch bei mehr Leuten das Bewusstsein, dass eben privat nicht besser und nicht billiger ist. Und dass, sagen wir mal, Privatisierung öffentlichen Eigentums gar nicht mehr so populär ist, sondern im Gegenteil, wenn du Volksabstimmungen, Bürgerabstimmungen darüber machst, kriegst überall eine Mehrheit. Im Übrigen zum Beispiel auch in Hamburg bei einem Volksentscheid bei der Rekommunalisierung der Stromnetze. Da waren SPD dafür, das nicht zu machen, CDU dafür, das nicht zu machen, die FDP dafür, also fast alle Parteien außer Linke und Grüne weiß ich nicht mehr und trotzdem hat eine Mehrheit der Bevölkerung gesagt, nee, wir wollen die Stromnetze wieder in öffentliche Hand nehmen. Ich glaube, bei den digitalen Netzen ist das noch nicht so richtig, hat sich noch nicht so rumgesprochen, dass das ja auch irgendwo was ist wie Stromnetze oder wie Wasserleitungen oder ähnliche Dinge, dass es infrastrukturelle Dinge sind, die für die Kommunikation der Leute extrem wichtig ist. Und deswegen glaube ich, dass wir das stärker machen sollten. Wir sollten quasi die Frage des Öffentlichen und der öffentlichen Kontrolle und der Demokratisierung solcher Prozesse stärker in Vordergrund unserer Politik stellen. Und auch durchaus immer verbinden mit Kämpfen um bezahlbaren Wohnraum, um Verkehrskonzepte, das greift ja ein bisschen ineinander. Letzten Endes geht es ja ganz stark um die Frage, wem gehört die Stadt, Wem gehört das Land, haben wir noch nicht so politisiert, aber also auch ich meine der ländliche Bereich, der ja immer betont wird, wem gehört das Dorf oder so, aber diese Fragen können wir schon nach links verschieben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Europäische Union, wie sie jetzt ist, sowas auf den Weg bringen kann. Also das Maximale, was die auf den Weg bringen könnten, dass sie sagen, wir wollen uns nicht völlig abhängig machen von Google und Apple und Co., deswegen bauen wir einen europäischen Internetkonzern auf oder eine europäische Internetstruktur. Ja, das löst aber nicht wirklich unser Problem, nach meinem Dafürhalten. Das ist besser wie nichts, aber ich finde nicht unbedingt der Schwerpunkt, den die Linke angehen sollte. Die Linke soll schon die Struktur angehen, dass das staatlich gemacht werden muss, dass es öffentlich gemacht werden muss. Von mir aus auch in Belegschaftshand und in genossenschaftlicher Hand und wo ich aber unbedingt dafür bin, eine internationale Ebene einzuführen und eine europäische. Sowohl bei der Forderung nach Regulierung, wie bei der Forderung nach öffentlichem Eigentum, wie bei der Forderung nach Demokratisierung. Weil das natürlich bei der Digitalisierung klar ist, das ist nicht mehr rein eine nationale Angelegenheit. Das Gravitationszentrum für die Digitalisierung ist das Internet. Also wer darüber verfügt und den Zugang kontrolliert und die Preise kontrolliert und die Leistungen kontrolliert, hat eine ungeheure Macht. Und deswegen muss es natürlich über internationale Institutionen mit reguliert werden. Es muss eine Forderung der Linken sein. Und dort, wo es wichtig ist, lokale Dinge zu haben, also ich habe jetzt gelesen, in Denver gibt es einen grünen Taxi- Vermittlungs- oder Autovermittlungsding, das auf genossenschaftlicher Ebene aufgebaut ist. Also man kann durchaus auf konkreter Ebene das befördern, wo lokale Zusammenhänge geschafft werden, wo lokale Kommunikation aufgebaut wird, dass das auch in lokaler, öffentlicher oder genossenschaftlicher Hand ist. Die Genossenschaften, letzter Punkt noch, alleine sind aber kein Gegengewicht gegen diese großen Konzerne, weil sie nicht viel Kapital haben. Das heißt, sie bewegen sich in Nischen und sind eine Vorahnung, was eigentlich möglich ist. Und sie können, deswegen musst du auch an diese großen Konzerne rangehen, da bin ich vollkommen bei dir. Und wenn man Genossenschaften und solche Formen fördern will, bevorzugen will, müssen die staatlich gefördert und reguliert werden. also es muss gemeinnützige Arbeit praktisch vom Staat als Wirtschaftsmodell gefördert werden. Gebunden natürlich auch an gute und tariflich bezahlte Arbeit und nicht an Selbstausbeutung. Deswegen musst du natürlich in der ganzen Auseinandersetzung nicht auf ein technologisches Feld gehen, sondern du musst auf ein politisches Feld gehen. Also ohne Veränderung der politischen Bedingungen und der ökonomischen Rahmenbedingungen wird keiner von unseren Vorstellungen irgendeine Chance auf Verwirklichung haben. Und das setzt sich durchaus auf die Kämpfe und auf die Auseinandersetzungen. Und wer hätte denn vor einem Jahr gedacht, dass eineinhalb Millionen junge Leute für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Und natürlich sind wir da alle nicht beim Ziel, aber eins haben sie doch hingekriegt, sie haben alle politischen Kräfte vor sich her getrieben. Jede Partei muss sich mit Klimaschutz auseinandersetzen. Entweder vertuschen und verheimlichen, aber sie muss sich damit auseinandersetzen. Also das sieht man ein Stück weit. Es gibt eine enorme Kraft von politischen Bewegungen, die auf der Straße sind. Und deswegen sage ich ja immer, linke Politik muss immer starke außerparlamentarische Orientierung haben und quasi den Druck erhöhen. Und da müssen wir natürlich auch ein Stück weit Orientierung geben, wohin dieser Druck gehen soll. Ich finde, deswegen war die Debatte, die wir heute eröffnet haben, in dieser Digitalisierungskonferenz ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Okay, danke. Warten wir noch kurz. Ich würde jetzt gerne, du wolltest noch einen ganz kurzen? Ja. Ich würde jetzt gerne öffnen, wir haben jetzt noch 25 Minuten. Jevgeni ist noch bei uns für die Publikumsdiskussion. Gut. Ich gehe jetzt im Hintergrund. Ich nehme Wortmeldungen, Diskussionsbeiträge, Fragen. Macht irgendjemand, Bruder, brauchen wir kein Saalmikro? Dann geben wir jetzt das Mikrofon rum. Können doch mal bitte alle die Arme heben, die wir sagen wollten? Okay, danke. Ich wollte anschließen an das, was Bernd gesagt hat. Du hast vorhin irgendjemand zitiert, ich weiß nicht mehr wen, mit der Aussage, wenn die Tech-Konzerne die Daten haben, dann hat der Staat sowieso. Das würde ich gerne noch präzisieren, weil wenn Google, Microsoft und so weiter die Daten haben, dann ist es ja auch nicht der deutsche Staat, der die Daten hat, sondern das sind dann die USA, also die sind ja entsprechend auch, also da hat sich ja auch das Militär und so weiter, gibt es entsprechend Verträge, damit da zur Not auch Zugriffsmacht besteht. Und das ist ja eigentlich was, wo man sich jetzt nicht nur aus linker Sicht, sondern, was halt ich, wo ja selbst Konservative oder so sich irgendwie Gedanken machen könnten von wegen, dass bei uns ja nicht nur das Internet, sondern eigentlich auch die komplette Staatsmaschanierie, also komplette Verwaltung eigentlich auf solcher Software läuft, wo im Prinzip ja ein anderes Land, dessen Regierung und Militär Zugriff drauf hat. Und wenn wir uns jetzt mal Gedanken machen würden, wir wollen hier tatsächlich mal Sozialismus einführen, gäbe es natürlich auch genug Möglichkeiten, das entsprechend mindestens zu stören, sage ich mal. Also auch alleine schon aus aus dem Grund macht es ja total Sinn, sich zu überlegen, wie schafft man entweder eine deutsche oder noch besser europäische Lösung, die da eine Alternative dazu bietet. Wenn man sich jetzt anguckt, was irgendwie Länder wie Russland und China machen, die praktisch versuchen so nationale Internetstrukturen aufzubauen, das ist erstmal interessant, aber ist ja glaube ich für uns als demokratische Sozialisten erstmal nicht unbedingt der Ansatz, so wie die das machen. Insofern fand ich interessant, was du gesagt hast, von wegen eher das Modell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich anzuschauen. Und also das fände ich auf jeden Fall wichtig, dass wir das auch noch viel, viel stärker mit betrachten. Danke, ich würde sagen, wir sammeln erstmal so zwei, drei Stimmen und dann dürft ihr nochmal. Hallo. Ich wollte nochmal auf den Begriff Infrastruktursozialismus eingehen und zwar frage ich mich, was alles darunter fällt. Wenn wir sagen, wir wollen digitale und analoge Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand, wenn wir sagen, wir wollen eine Konversion der Autoindustrie und vielleicht von der Energiewirtschaft, wenn wir sagen, wir wollen die Post vielleicht in öffentlicher Hand, den Verkehr inklusive der Bahn, das Internet, Transport, Wohnen, Grund und Boden, die ganzen Plattformen, dann denke ich mir, okay, das ist vielleicht schon richtiger Sozialismus und nicht nur Infrastruktursozialismus. Und meiner Meinung nach kann man es auch Kommunismus nennen. Und ich komme darauf auch nochmal, gehe auch nochmal darauf ein, warum ich glaube, dass Kommunismus die richtige Bezeichnung dafür ist. Weil die Linke versteht sich ja als demokratisch- sozialistische Partei. Und erstens konnte mir noch nie jemand erklären, was das wirklich genau heißt. Das heißt dann, okay, wir wollen die Wirtschaft demokratisieren, wir wollen Räte innerhalb der Wirtschaft etablieren. Also Hände hoch für alle, die sich um ihre Wasservorsorgung und um ihre Energieversorgung persönlich kümmern wollen. Ich glaube, wir brauchen bürokratische Lösungen für viele Sachen, weil insbesondere, sagen wir zum Beispiel, digitale Produkte ja auf globalen Wertschöpfungsketten basieren. Natürlich finde ich es gut, wenn wir Beteiligung haben, wo kommt die Schule, die Kita hin, welche Straße und so weiter bauen wir. Aber das funktioniert ja nur in einem kleinen Bereich, nur im regionalen Bereich und nicht auf globaler Ebene. Und deswegen würde ich sagen, brauchen wir Bürokratie und bürokratische Lösungen dafür. Und deswegen sollte die Linke, wenn sie A sagt, auch B sagen und am besten dann auch noch C sagen. Weil die Forderungen, die wir alle hören, sind gut und ich glaube, die sind auch mehrheitsfähig. Was der Linken nicht zugetraut wird, ist, dass sie diese Forderung umsetzt. Weil sie weder sozusagen die Idee in die Öffentlichkeit trägt, die sozusagen polarisiert, weil sie irgendwie Angst hat, ein Shitstorm zu sein, weil sie sich nicht als Avantgarde versteht, sondern genauso wie die Sozialdemokratie immer versucht, okay, was ist irgendwie ein bisschen links von der Sozialdemokratie vielleicht mehrheitsfähig? Eine Frage? Ne, das ist eine Stellungnahme. Das ist keine Frage. Und deswegen sollten wir, glaube ich, große Leitlinien geben, damit wir uns nicht um alles immer im Kleinen kümmern müssen. Leute mögen Standardisierung. Warum gehen die zu Burger King oder zu Amazon oder so? Weil es einfach ist, weil es funktioniert. Und deswegen, glaube ich, sollten wir, das ist Kommunismus im Gegensatz zu irgendwie lokal, dezentral und so weiter. Und auch zur Wettbewerbsfähigkeit. Noch Sekunde zur Wettbewerbsfähigkeit. Ich glaube, es gibt einen europäischen Standortvorteil, eben vor allem im Internet, nämlich Datensicherheit, nämlich Langlebigkeit von Produkten. Das kann man mit Wettbewerbsfähigkeit, da kann man die Kapitalisten mit ins Boot holen, meiner Meinung nach. Das ist ein Standortvorteil von Europa. Und ich würde auch sagen, warum man Kommunismus sagen sollte, weil dieser Gulag-Vorwurf, vor dem wir alle so Angst haben, der kommt so oder so. Da können wir noch so kleinlaut sein, der kommt so oder so. Die FDP und die CDU werden uns den E geben. Und deswegen sage ich, lieber von vornherein die Kritik vorwegnehmen und dann irgendwie polarisieren und den Diskurs verschieben. Gut. Danke. So, meiner Wahrnehmung nach, der Herr mit dem weinroten Pullover, dann war noch... Ich würde quotieren. Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, selbstverständlich. Danke, Kerstin. Das passt jetzt mehr oder weniger, aber zu dem Statement vorher. Ich war auf dem Bundesparteitag und wir haben einen Antrag gestellt im Frauenplenum und das vermisse ich hier auch. Der digitale Klassenkampf ist ganz toll, aber mir fehlen die Frauen trotz und alledem, weil doch diese ganze gesellschaftliche Transformation, die durch die Digitalisierung da ist und auch diese ganzen gesellschaftlichen Forderungen, wenn ich mich hier so umschaue, trotzdem ich... Oh, sind mehr Frauen da, als ich die letzten Tage wahrgenommen habe? Das freut mich gar sehr bei dem Thema, aber dass bei dieser ganzen Transformation, die durch neue Technologien kommt, auch darauf geachtet werden sollte, dass die Gesellschaft vielleicht betrachtet wird, dass sie sich mit dieser müßigen, fürchterlichen, nachteiligen Arbeitsteilung befasst und die neuen Technologien versucht zu nutzen und in diesem, wie du Nina gesagt hast, in diese neue Utopie gleich mit einbeziehen lässt. Das wäre mir wichtig und da würde ich gar nicht eine Stellungnahme dazu haben. Ja, ich war jetzt auch ein kleines bisschen unzufrieden mit der Diskussion. Einerseits ganz viel Krise, der Kapitalismus kannibalisiert sich selbst und verschärft die Ausbeutung und so. Dann ganz viel Dampf, ganz viel Kritik an dem, was Amazon macht und was Google macht, was Facebook macht. Und dann so, da fehlt so ein bisschen so dieser Korken, was ist jetzt so die Lösung. Und ich glaube, das Basswort ist nicht Kommunismus, wie du gesagt hast, Sozialismus. Ich glaube, was das Problem eigentlich ist, dass uns, wenn wir das alles machen mit veröffentlicht, rechtlich und so weiter, das gesagt wird, das ist ja Planwirtschaft. Ich glaube, der Knackpunkt ist, wie sieht eigentlich Planwirtschaft im 21. Jahrhundert aus? Und dem soll man sich stellen. Es ist nämlich eine ideologische Konstruktion, zu sagen, Kapitalismus ist Demokratie, Marktwirtschaft ist Demokratie und Planwirtschaft ist Diktatur. Planwirtschaft ist irgendwie, das ist glaube ich auch so ein Ding, was in unserem Kopf drinsteckt. Und ich kann mal ganz kurz schildern, was ich im ländischen Raum in Baden erlebt habe. Da haben wir diskutiert über Klimaschutz als soziale Zumutung, Fragezeichen. Da haben sich Leute aufgeregt, dass die, beziehungsweise ein junger Genosse hat sich eigentlich aufgeregt und hat gesagt, die Grünen, die haben sich hingestellt und das war alles total kapitalistisch und das war alles irgendwie liberal und dass diese sozialen Zumutungen, die das beziehen, wird einfach nur teurer und wir brauchen eigentlich soziale Lösungen auch für diese ökologischen Fragen. Und dann hat einer gemeint, ja, das ist aber Planwirtschaft, du bist Planwirtschaft. Nun, wir haben die ganze Zeit über Planwirtschaft geredet, tatsächlich im ländlichen Raum in Baden. Und es war völlig normal, über Planwirtschaft zu reden, weil da wurde auch gesagt, ja, das ist eigentlich eine Ideologie, zu sagen, Planwirtschaft ist Diktatur. Und das, da müsste man auch mal gucken, was heißt das eigentlich im 21. Jahrhundert. Das, glaube ich, muss sich auch die Linke stellen. Danke. Anne? Dankeschön. Anne Roth, Netzpolitik-Referentin der Bundestagsfraktion. Ich habe Fragen weniger als Antworten. Und zwar geht es ja viel oder ging es heute sehr viel um Zerschlagung von Konzernen, Zerschlagung von bestimmten, ja, Plattformen und so weiter oder auch Vergesellschaftung, was ich alles grundsätzlich begrüße und dem mit Freude entgegensehe. Ich habe aber auch Fragen dabei und zwar rühren, und die sind keine neuen Fragen, die rühren her von, ja, von vor knapp 20 Jahren. Ich habe mal eine Medienplattform mitgegründet, die so ein bisschen ihr Ende fand. Das war 2001, ein paar Jahre später, als die ersten von diesen Plattformkonzernen aufkamen und super funktionierten. Ich habe gerade nachgeguckt. Die erste war, glaube ich, Flickr. Vielleicht kennen das noch einige. Ich habe geguckt, wurde gegründet 2004, YouTube 2005. Die funktionierten super. Die Leute haben die gerne angenommen und unsere Medienplattform ging dann langsam ihrem Ende entgegen, weil die selbstgemachte Open Source Plattform einfach nicht so schön war, wie die Konzerne. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist die Betrachtung oder die Frage, wenn wir das denn alles zerschlagen wollen und wenn wir das selber machen wollen und gemeinschaftlich und vergesellschaftet betreiben wollen. Ich sehe nicht so richtig, wie wir das so gut hinkriegen, dass das auch angenommen wird und tatsächlich benutzt wird, weil leider funktionieren die einfach total gut und die Menschen mögen das. Die Menschen kommunizieren auch gerne und zwar international und weitreichend. Und ich finde das nicht unbedingt gut, dass das so ist, aber das ist im Moment so und die Frage, finde ich, muss auch mit beantwortet werden. Gut, ich würde jetzt mal vorschlagen, da wenn wir jetzt noch mal Evgeny die Möglichkeit geben wollen, der muss um 19 Uhr ist der weg, ne? Dass wir dann noch mal hier kurz die Runde machen und dann gucken, wie weit wir kommen. Dann machen wir Schluss. Ich glaube, wir schaffen gar nicht noch mehr Fragen, wenn wir rechtzeitig Schluss machen wollen. Ja, am ich auf? Ja. Ich habe es auf und finde es interessante, aber ich habe keine Ich meine, ich glaube, dass wir, zu some extent, versuchen wir die Debatte über die Planung, was es bedeutet. Ich habe versucht, es zu erweitern, es ist ein sehr langer Essay, um Digital Socialismus mit der Question Marken in Your Left Review. Ich denke, das ist die Art der Vision, die meisten Menschen miss, wenn wir über die Zukunft des Socialismus sprechen. Ich denke, dass wir nicht die Möglichkeit haben, die wir jetzt haben. Ich denke, das Moment der Moment ist sehr wichtig, denn es kann auch sehr schlecht sein, wenn wir nicht. Ich denke, wir haben vielleicht fünf Jahre oder so, bis Amazon und Google, mit einem großen Fund wie SoftBank, wir haben, dass wir sehr starken Kontrolle über Plattformen und Infrastrukturen und komplett dominieren das Feld der Artificial Intelligence, die wir nicht genug darüber gesprochen haben, ich denke, heute. Wir haben, auf maximal fünf Jahre, und das ist deshalb, wie ich möchte, dass wir mehr theoretische Sprache darüber sprechen, und das ist, was wir nicht. Wir haben eine sehr bestimmte und nahe Aufgabe, und es ist zu tun, dass wir alles in unsere Kraft zu verhindern, und blockieren, diese ultimative Gelegenheit von, essentially, die Möglichkeiten, von konstruieren eine Alternative Gesellschaft, denn ich bin überzeugt, dass, in Zeiten von Klimawandel, die Konstruktion, wir brauchen, auf digitalen Infrastrukturen, einfach weil, wenn wir das richtig machen, es wird viel besser effizienter, und technologisch, environmentally freundlich. Aber der zweite Punkt, und das ist, wo wir ein paar gute Nachrichten haben, ich denke, dass wir alle, die Erfahrungen haben, im digitalen Raum, auch öffnen, viele spannende, Möglichkeiten, wie die Gesellschaft komplett restrukturiert sind. Und Sie sehen schon diese Anzeichen, wie diese Firmen funktioniert. Ich denke, wir sollten nicht komplett sie rechnen, und sagen, dass es all crap ist. Wenn Sie sich an etwas wie Anticipatory Shipping, das ist eine Funktion von Amazon, wo sie versuchen, zu predigen, welche Produkte Sie Sie brauchen zwei oder sechs Wochen von jetzt. Natürlich, wir können es als komplett konsumerismus und sagen, wir sollten das aber auch haben, eine sehr andere politische Geschichte und sagen, dass, mit solchen Technologien wie diese eine bessere Distribution von Goods und Services durch eine Art Stabilität wäre tatsächlich möglich. Und es all depends auf wie wir möchten, diese Dinge, aber ich denke, dass die Presence von diesen Emancipatorien Emancipatorien ist, auf dem Emancipatorien ist, 99% von precarität und Finanzierung. Aber es gibt diese Signale. Und ich denke, wir müssen sie finden, und wir müssen sie packen, und wir müssen sie Emancipatorien zu sprechen. Und dann, wir werden nicht nur die alte Sprache, mit neuen Sprachen, Sprachen, aber eine neue Sprache, eine neue Veränderung in einer Gesellschaft, vollen Digitalisierung. Und ich denke, dass viele die Konzepte, die wir traditionally benutzen müssen, aber sie müssen kompliziert werden, und substanziert werden, mit dem Fakt, dass die neue Möglichkeiten, die wir haben, ermöglichen, neue Planungen, die mehr dezentralisiert werden, mit denen man viel mehr participatoren wird, die Menschen und Gruppen in der Gesellschaft teilnehmen. Wir müssen uns nicht von dem Toolkit des 1920s oder 1960s des letzten Jahrzehens. Vielen Dank. Wollt ihr gleich aufnehmen? Und Evgeny, falls wir uns nicht mehr sehen oder hören, wünsche ich schon mal alles Gute. Vielen Dank für's eingeschaltet worden sein, für den Vortrag, und Grüße nach Italien. Ja, genau. Ich schließe da direkt an. Es gibt auch wieder keinen Widerspruch in der Hinsicht. Also ich glaube, das, was du gesagt hast, also ich glaube, das sind wichtige Fragen, und ich habe das am Ende so ein bisschen, weil ich eben nur so angerissen habe, mit den Visionen auch gemeint, und was wollen wir mit diesen Unternehmen machen? Also ich glaube zum Beispiel, also das meinte ich zum Beispiel, die ganz realpolitische, aber trotzdem visionäre Frage, was wollen wir behalten und was nicht? Also wollen wir Amazon behalten, weil das tatsächlich eine logistische Infrastruktur, eine internationale ist, die man auch für eine internationale Planwirtschaft gebrauchen kann. Also das ist ja tatsächlich mittlerweile überhaupt gar kein Hirngespinst mehr, eine algorithmisierte Planwirtschaft, und ich finde tatsächlich, man muss sich über solche Dinge auch unterhalten. Und ich glaube auch, dass es halt solche Dinge sind, ich glaube, das ist so, ich glaube, du hast es vorhin gesagt, vor zwei, drei Jahren hätte sich niemand vorstellen können, dass 40.000 Leute auf einer Demo hinter einem enteignen Transpier auf einer Mietendemo hinterherlaufen. Also ich bin von Anfang an aktiv bei Deutsche Wohnen enteignen und kämpfe seit drei, vier Jahren gegen die Deutsche Wohnen, weil ich da auch Mieterin war. Und als wir das allererste Mal den Mieterinnen, die da im total aussichtslosen Kampf gegen die Deutsche Wohnen gekämpft haben, gesagt haben, hier, wir wollen einen Volksentscheid machen, Deutsche Wohnen enteignen, sind die ausgeflippt und haben gesagt, spinnt ihr oder was so? Ich stelle mich doch nicht in meine Fußgängerzone in Reineckendorf und sage zu meinem Nachbarn, Entschuldigung, wollen Sie für Enteignung unterschreiben? Das ist Sozialismus, das will ich nicht. Und dann sind wir aber in den Kämpfen drin geblieben. Wir haben den Leuten gesagt, das sind Unternehmen, die sind an der Börse, die sind profitorientiert und egal wie oft ihr kämpft und auch wenn ihr vielleicht mal gewinnt, die müssen ihren Profit erwirtschaften, ihr seid denen ausgeliefert, wir haben keine andere Möglichkeit und jetzt stehen die in ihren Fußgängerzonen und sammeln Unterschriften für Enteignung. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein Weg, den müssen wir auch einfach gehen und ich genau und ich glaube, das Beispiel, was du gemacht hast, das steht erstmal nicht drin und man muss da nicht so zahm sein, man kann da schon diese Begriffe nehmen und Enteignung haben wir schon auch genommen, weil es eben auch so polarisiert und weil es ein ganz klares Bekenntnis zu irgendwas ist. Ich glaube, da muss eine Linke auf jeden Fall noch viel, viel mutiger werden, aber das bedeutet auch, dass man eben in den Kämpfen drin sein muss, mit den Menschen so und ihnen auch tatsächlich darin Perspektiven gemeinsam mit ihnen erkämpfen muss, so. Genauso das mit der Bürokratisierung, da will ich jetzt noch ganz kurz was zu sagen, so. Ich glaube, das ist ein Erfolg der neoliberalen Ideologie ist, uns irgendwie zu erklären, dass Bürokratie grundsätzlich irgendwas Schlechtes ist, genauso wie das mit den universalen Arbeiterrechten, was ich eben habe. Also das ist tatsächlich nicht unbedingt was Negatives, aber es kann schon auch negativ sein. Ich glaube, das muss man sich nochmal genau angucken. Zu der Frage Frauen, Männer, irgendwie digitaler Kapitalismus, digitale Kämpfe. Natürlich hat dieser digitale Kapitalismus eine komplett sexistische und rassistische Komponente. Also das ist er einfach, er ist sexistisch und rassistisch und ich finde zum Beispiel in den Google-Kämpfen, die tatsächlich gerade passieren, sieht man das zum Beispiel sehr genau. Also es gibt hochbezahlte Programmierer, die Zugang zur Krankenversicherung haben, die hohe Gehälter haben, die mit dem Google-Bus zur Arbeit gefahren werden im Silicon Valley, die umsonst Buffet haben, die im Bellepart programmieren und man hat auf der anderen Seite migrantische und vor allem weibliche Service-Arbeiterinnen, die dazu gar keinen Zugang haben und auch wirklich prekäre Arbeitsplätze, aber tatsächlich passiert da gerade total viel und natürlich ist das eben auch ein Teil von diesen Kämpfen, sich genau mit diesen Arbeiterinnen zu solidarisieren und also das ist ganz, ganz klar. Jetzt komme ich nur nochmal, glaube ich, zu dem letzten Punkt von dir, Anne. Genau. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist der Elefant im Raum, weil ich weiß das auch, weil ich ja beim Öffentlich- Rechtlichen arbeite und auf der einen Seite sind die Sachen natürlich schön restriktiv. Wir können ganz viele von den Programmen, die andere Unternehmen oder irgendwelche Medienunternehmen benutzen, um Daten auszulesen und so nicht benutzen und sind in einer gewissen Weise gar nicht konkurrenzfähig und alles, was wir irgendwie machen oder programmieren oder so, sieht immer ein bisschen scheiße aus und ist auch nicht ganz so gut zu benutzen, aber ja, keine Ahnung. Ich habe dafür keine Lösung, also es ist im Moment einfach so, aber ich glaube, das ist tatsächlich der Elefant im Raum und da müssen wir ran. Da habe ich jetzt gar keine schöne Antwort drauf. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Tipp, dass man immer radikaler und mutiger reden muss, dass das das Erfolgskonzept ist, ob ich den so einfach übernehmen würde. Also die Erfahrungen in der Gesellschaft sind ja hier und da schon auch andere. Also es ist ja nicht so, dass quasi für radikale Lösungen jetzt immer die Leute gewinnbar sind, sondern meistens sind sie gewinnbar, wenn sie auch angefangen haben, sich zu bewegen. Wenn das so funktionieren würde, dann würden ja die ganzen linken Gruppen, die das immer propagiert haben über 40 Jahre, die würden dann viel stärker sein als diese doch so angepasste und sozialdemokratisierte Linke. Ich sage immer, bei der jungen Welt wird mir ja auch immer empfohlen, wir sollen doch endlich so sein wie die DKP, aber trotzdem zehn Prozent kriegen. Das scheint mir halt nicht zu funktionieren. Ja, die müssen sich ja schon fragen, warum kriegt die DKP nur 0,1? Also ist es so einfach, glaube ich, ist es nicht. Aber wo ich schon dafür bin, dass Linke dort, wo Auseinandersetzungen stattfinden, hingehen und gucken, wo sie das theoretisch und praktisch vorwärts treiben. in diese Richtung. Aber immer auch mit dem Ohr bei den Leuten. Weil wir werden keine neuen Verhältnisse schaffen, wenn wir nicht nah bei den Leuten sind. Und wenn man nur eine kleine elitäre, ich bin kein so Avantgarde-Anhänger. Das war vielleicht eine Notlösung mit Lenin und der russischen Revolution, weil es vielleicht eine Bürokratie auch gebraucht hat, weil viel zu wenig Leute da waren, die das in der breiten Masse gemacht haben. Es war ein Ersatz, glaube ich, für demokratische Strukturen. Deswegen würde ich mich auch nicht getrauen, hinzustellen und wir sagen, wir brauchen Kommunismus und Bürokratie. Ich glaube, das würde kein Erfolgskonzept sein. Aber ich glaube, wenn man sagt, okay, das sind wichtige Dinge unseres Lebens, da verfügen einige Konzerne drüber, dann kommen die Leute vielleicht in eine andere Bruchstelle und kommen auch in einen Konflikt da drüber. und ich erlebe eher das Bedürfnis bei den Menschen, dass sie mehr mitreden wollen. Das ist ja auch durchaus eine zum Teil berechtigte Kritik an den politischen hegemonialen Kräften, dass sie sagen, die machen ohnehin, was sie wollen, nicht was wir wollen. Also die Forderung nach mehr Demokratie und mehr Verfügung ist, meines Erachtens kann man die populär machen. Also, ich glaube, was nochmal angesprochen wurde, die Frage mit der, was ist der Korken oder die Lösung und ist das Planwirtschaft? Ich glaube schon, dass wir begreifen müssen, dass was die großen Konzerne machen, ist der Planung. Das ist ja nicht so, dass die einfach so auf dem Markt sich anarchistisch bewegen, aber sie, aber natürlich ist der Markt anarchistisch. Aber was Amazon macht, die untersuchen ja, die Käuferverhalten bis ins Kleinste rein, um praktisch ihr Produkt, ihre Produktlinien für die nächsten Jahre planen zu können. Und sie probieren genau rauszukriegen, was werden denn die Leute in drei Monaten konsumieren, um ihre Logistikzentren und ihre Belieferung darauf aufzubauen. Da findet also Planung statt, aber keine gesellschaftliche. Aber man sieht, dass es Instrumente gibt, wie man planen kann und wie man nach Bedarf planen kann. Aber diese Planung wird nur dann bei den Leuten greifen, wenn das mit dem Begriff der Demokratie verbunden ist. Also wenn sie selber Akteure sind. Ich glaube doch, eines der größten Gründe des Scheitern des real existierenden Sozialismus war, dass es eine zentralistische Planung gegeben hat, die nicht demokratisch war. Und die Leute nicht über ihre Betriebe verfügt haben. Und die Leute nicht über die Gesellschaftsorganisation verfügt haben. Sondern das eine staatliche Angelegenheit ist. Sozialismus heißt aber nicht einfach nur Verstaatlichung, sondern heißt Aneignung der Gesellschaft durch die Menschen selber. Und genau diese Aneignung der Gesellschaft durch die Menschen selber, das müssen wir mit Inhalten erfüllen. Und sowas entsteht natürlich auch nicht, indem man sagt, da haben wir jetzt ein zentrales Konzept, geht raus und agitiert die Leute. Sondern indem dort, wo sich die Leute selber anfangen zu bewegen, solche Prozesse entstehen. Und wir die in ein gesellschaftliches Gleis bringen können. Und da will ich einen letzten Gedanken einbringen. Ich habe ja ein Buch gemacht zu dem Thema verbindende Klassenpolitik. Der Hintergrund ist der, dass wir ja viel mehr wie früher, du hast ja gesagt, heute sowohl betriebliche Kämpfe haben, wir haben Mieterbewegungen, wir haben eine große Klimaschutzbewegung, wir haben Bewegungen gegen Rassismus und gegen rechts. Dahinter stecken eigentlich immer Klassenauseinandersetzungen und Kampf um unterschiedliche Interessen. Und ich glaube, die Leistung der Linken müsste sein und der linken Kräfte, diese Kämpfe und die Leute selber miteinander zu verbinden. Das heißt, dass wir wissen, nicht gegeneinander stellen, auch nicht milieus gegeneinander stellen, sondern sagen, okay, eigentlich kämpfen die Klimaschützer und die Leute gegen die Diskriminierung der Frauen oder gegen Rassismus oder die Leute, die sagen, wir kämpfen dafür, dass die Stadt uns gehört. Das sind Kämpfe, die in die gleiche Richtung gehen. Und unsere Leistung müsste vielleicht sein, diese Kämpfe in ein gesellschaftliches Projekt zusammenzubringen. Das war ein bisschen die Idee von Sanders und auch Corbyn mit dem Green New Deal. Das weiß ich, mir gefällt der Deal Begriff auch nicht, weil so getan wird, wie man irgendwie was ausdealen könnte und das nicht Resultat von Kämpfen ist. Aber muss man gucken, vielleicht als Arbeitsbegriff, sozialistischer Green New Deal oder Linker. Aber es geht um den Grundgedanken, dass wir verschiedene Fragen Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Demokratisierung der Wirtschaft, Infrastruktur, Ausbau des Öffentlichen, gute Arbeit und gute Lebensbedingungen, dass wir das zusammenbringen. Und deswegen ist es auch nicht eine Technikfrage, sondern eine Frage von einem alternativen gesellschaftlichen Projekt. Und ich glaube, diese Bewegungen könnten richtig Schwung kriegen, wenn sie begreifen, wir arbeiten an einem gemeinsamen politischen Projekt, das eine andere Alternative darstellt, als uns dieser Kapitalismus erbietet. Das muss natürlich breit angelegt sein und kann nicht eng angelegt sein. Aber wenn wir das schaffen, dann könnten wir tatsächlich einen neuen Drive in die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung reinkriegen und könnten, wie Marx gesagt hat, die Verhältnisse stärker zum Tanzen bringen. Danke, Bernd. Ich werde jetzt gleich noch Kerstin das Wort geben, die uns noch ein paar Worte zum restlichen Verlauf des Abends gleich sagen wird, unter anderem. Ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken für den super spannenden und interessanten Beiträge. Danke auch nochmal an Jevgeni, an Nina und an Bernd. Ich habe richtige Aufbruchsstimmung jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr kennt es sicherlich auch, dass wenn man vorne sitzt und moderiert, muss man sich ja total zusammenreißen, weil man würde an verschiedenen Stellen gerne unbedingt jetzt auch was sagen und mitdiskutieren. Das geht aber nicht, aber ich werde das vielleicht trotzdem gleich können bei dem, was jetzt Kerstin vorstellt. Ich bedanke mich auch bei euch fürs mitdiskutieren und für die Aufmerksamkeit. So viele Worte wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr an euch richten. Ich wollte mich auch nochmal bei allen bedanken, die heute hier referiert haben, die mitdiskutiert haben, mitgedacht haben. Danke an euch hier vorne, danke an Evgeni in Italien, sofern er noch da ist. Ich glaube, was eine große Aufgabe ist und was, glaube ich, in allen Workshops mitdiskutiert wurde, wir müssen dafür kämpfen, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir produzieren, ob im digitalen Raum oder halt im analogen, dass das nicht in den Händen von privaten Konzernen liegt, sondern dass wir das demokratisieren, sozial gestalten und so weiter. Ich glaube, das war eine ganz große, ja, vielleicht nicht nur eine Erkenntnis, aber zumindest auch, glaube ich, ein großer Konsens, der hier auf der Konferenz auch herrschte. Und ja, ich bin total glücklich und ich freue mich auch schon auf die weiteren Diskussionen. Ich freue mich auf die Auswertung auch im Vorbereitungsteam, wie wir weitermachen wollen, auch in der Linken zum Thema weiterarbeiten, wie wir uns weiter vernetzen wollen. Auf jeden Fall ein guter Ort ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik, die, genau, da hinten ja die ganze Zeit auch einen Stand hatte. Und, genau, wenn ihr Feedback habt, Rückmeldungen für die Konferenz, schreibt, also alle, die sich angemeldet haben, haben ja meine E-Mail- Adresse, also schreibt mir gern nochmal. Ansonsten auch gerne an die zentrale linke Adresse zur Konferenz. Und, genau, wir können jetzt alle nochmal zusammenkommen, unten in der Bar, die es gibt. Also, wer noch Lust hat, sich zu unterhalten, ein bisschen zusammen zu kommen, kann das gerne machen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Samstagabend und ein schönes Restwochenende. Applaus 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 Applaus